Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufhöhung. Alte Filme, neu entdeckt, garantiert nicht spoilerfrei, große Lust an schnellen Thesen und einen haben wir immer noch, weiß ich nicht. Wer bist du denn? Ich bin der Max und ich habe bei mir den Christian. Ja, der bin ich. Und wer sitzt hier neben mir? Die Carly. Hallo, hallo. Wir sind heute wieder als Trio dabei. Wir sitzen im Kino und haben gerade schon ganz angeregt diskutiert und einen harten Schnitt gemacht. Unser heutiger Film war Der blaue Engel, haben wir geguckt. Von Josef von Sternenberg. Ja, der eigentlich gar nicht von Sternenberg hieß. Ach, ich weiß nicht. Hast du das eigentlich schon eben gerade in der Einführung von dem Film erzählt? Ja, ich bin Zeuge. Wollen wir mal reinhören in die Einführung? Ja, ja. Ich glaube, bevor ich jetzt öfter noch mich oute, dass ich zwar aufgenommen habe, aber nicht richtig zugehört habe, höre ich jetzt nochmal richtig hin. Also, wir sitzen gerade eben im LIWU und das bedeutet, dass das Publikum, das jetzt diesen Film denn hier auf der großen Leinwand gesehen hat, vorher noch von dem Max eine Einführung erhalten hat. Und die habe ich mitgeschnitten. Und hier kommt sie. Schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen zur LIWU Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute Der blaue Engel von 1930, Regie Josef von Sternenberg. LIWU Schatzkiste heißt, das Publikum muss immer mitmachen. Und das ist jetzt gleich die erste Frage, wer hat denn den Film schon mal gesehen? Hand hoch. Ja, das sind so 0,5 Personen anwesend, die den schon gesehen haben. Ja, das ist LIWU Schatzkiste, alte Filme auf der großen Leinwand erleben, denn nur da können sie ihre ganze Kraft entfalten. Auf so einem kleinen Fernseher ist das immer ein bisschen schwerer. Und deswegen haben wir jetzt hier diesen Film. Warum haben wir so einen alten Film, 1930, 87 Jahre alt, das Ding? Wir müssen ihn aus einer ganz staubigen Ecke hervorholen. Es gibt zwei Gründe. Zum einen ist die Hauptdarstellerin des Films, Marlene Dietrich, am 6. Mai 1992 gestorben. Das heißt, sie hatte jetzt ihren 25. Todestag. Und zum anderen ist dieses Jahr, 2017, das Jahr, in dem die UFA, die Produktionsfirma dieses Films, 100 Jahre alt wird, 1917 gegründet. Und durch die gesamte wechselhafte deutsche Geschichte bestehen geblieben, dieses Studio. Wollte ich dir jetzt helfen? Und das sind die beiden Anlässe dafür, dass wir ihn zeigen. Bevor es losgeht mit dem Film, ein paar kleine Informationen zu eben diesem Film. Zunächst zu den Personen vor und hinter der Kamera. Regie, wie erwähnt, Josef von Sternberg, geboren als Sternberg. Aber als er seinen ersten Film gedreht hat, hat die Firma, die diesen Film rausgebracht hat, gesagt, wir schreiben in den Titel einfach rein von Sternberg. Kann man ja mal machen. Und er hat dann gesagt, oh, warum nicht? So ein Adelstitel, das macht sich auch nicht schlecht. Den behalte ich einfach mal. Er ist geboren in Wien. Aufgewachsen allerdings in Wien und New York, weil die Eltern auch mal nach Amerika wollten und dort das große Glück suchen. Also zweisprachig auch aufgewachsen, hat dann in Amerika angefangen, Filme zu machen. Das heißt, er hat sie nicht nur Regie geführt, hat auch Drehbücher geschrieben, ein bisschen so produziert. Und ist dann eben kurz vor den 30er Jahren nochmal nach Deutschland gekommen und hat hier eben Der blaue Engel gedreht. Die männliche Hauptrolle des Films spielt Emil Jannings. Wahrscheinlich den meisten keinen Begriff, nehme ich an. Wer kennt Emil Jannings? Genau. Emil Jannings, der große deutsche Star aus Stummenfilmen wie Tattoo, Faust oder auch Der letzte Mann. Einer der, wie ich finde, besten deutschen Stummenfilme, die man sich überhaupt mal angucken kann, wenn man zu viel Zeit haben sollte. Der, der auch schon in Amerika war, kam für den Film extra aus Amerika wieder. Er war der erste deutschsprachige, er war der erste Oscar-Gewinner der Welt als bester Hauptdarsteller 1929 und damit auch der bislang einzige Deutsche, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hat. Er ist dann nach dem Film in Deutschland geblieben, hat unter den Nazis ziemlich große Karriere gemacht und wurde nach dem Krieg dann auch mit einem Berufsverbot belegt in Deutschland. Die weibliche Hauptrolle, wie gesagt, Marlene Dietrich. Zu dem Zeitpunkt, als der Film entstanden ist, völlig unbekannt und danach winkten für sie Geld, Reichtum und die große Karriere. Auch sie ist dann nach Amerika gegangen. Als die Filmkarriere vorbei war, ist sie dann als Sängerin, als Chansonniere noch weiter bekannt gewesen. Außerdem tritt noch jemand auf, den, ich weiß nicht, das junge Publikum, Hans Albers, der ist auch noch dabei. Den kennt man vielleicht so aus, der blonde Hans mit dem Seemannsgarn. Eine sehr prägnante Erscheinung gegen Ende des Films. Ist eben auch dabei. Der Film selbst ist entstanden Ende der 20er Jahre. Die Welt weiß nicht, wo sie hingehen soll. Es ist Weltwirtschaftskrise. Die Weimarer Republik hält sich auch nicht mehr so richtig. Es geht alles nicht so wirklich stabil vonstatten. Und die Ufa, die Produktionsfirma braucht wieder einen großen Hit. Dafür holen sie sich einen Produzenten zurück in ihr Boot. Das ist Erich Pommer. Der war eigentlich rausgeflogen aus dem Verein, weil er mit Metropolis die Ufa in ein ziemliches finanzielles Fiasko gestürzt hatte. Aber jetzt brauchte man diese alten Recken wieder, um mal wieder an den Kassen so richtig einen Erfolg zu landen. Und man wollte einen Emil Jannings Film drehen. Der stand eigentlich im Mittelpunkt bei diesem Film. Für ihn sollte dieser Film gemacht werden. Nicht Marlene Dietrich, die dann später dadurch so berühmt geworden ist. Und dann hat Emil Jannings die Freiheit gehabt zu sagen, welchen Regisseur möchtest du für diesen Film haben? Und dann hat er gesagt, ich möchte Josef von Sternberg. Der hat mir zu meinem Oscar-Gewinn verholfen. Und damals hat man noch keine Handys, deswegen musste man telegrafieren. Hat ein Telegramm geschrieben nach Amerika. Gesagt, Josef, ich möchte, dass du meinen Film drehst. Josef hat dieses Telegramm bekommen und er hat gesagt, Emil, das berührt mich wirklich sehr, sehr tief im Inneren. Denn auch wenn du der letzte Schauspieler auf der Erde wärst, mit dir möchte ich gar keinen Film mehr drehen. Die beiden waren nämlich ziemlich große Egos und haben auch immer sehr direkt eigentlich so gesagt, was ihre Meinung ist. Und wie das so ist, wenn Menschen, die sich nicht so gut abkönnen, auf einem kleinen Fleck längere Zeit zusammen sind, dann kracht das manchmal. Anscheinend war aber das Geld gut genug, dass Josef von Sternberg wieder nach Europa gekommen ist und dann zugesagt hat, mit Emil Jannings einen Film zu drehen. Und 1929, das ist die Zeit, in der der Stummfilm gewissermaßen langsam seinem Ende entgegen geht. Der Tonfilm kommt jetzt neu auf, das ist die Sensation in den Kinos. Und so hat man auch in Babelsberg ein Tonkreuz gebaut. Das sind vier diagonal angeordnete Studios, wo man Tonequipment hatte. Das heißt, man konnte nicht nur den Film drehen, sondern auch gleich den Ton mit aufnehmen. Das war völlig neu. Und eines der modernsten Studios damit auch gleich in Europa. Das hat Josef von Sternberg einerseits gefreut, andererseits fand er doof, dass man, weil die Kameras so laut sind, und die nicht zu hören sein dürfen im Film, die in einem extra Kasten hat. Das heißt quasi, wenn hier die Bühne ist, war hier eine riesige Glaswand, ein riesiger Kasten, da war die Kamera drin und der Regisseur. Und wenn er Anweisungen geben wollte, musste er Pause sagen, rausgehen, auf die Bühne gehen, den Leuten sagen, was zu tun ist, wieder reingehen in seinen Kasten, dann wurde wieder gedreht und so weiter. Und das hat ihn völlig aufgeregt. Fand er ganz schlimm, war für ihn ganz, ganz schwer. Nichtsdestotrotz, im November 29 wurde er angefangen zu drehen, ging bis in den Januar 1930. Am 1. April 1930 war dann große Premiere im Gloria-Palast in Berlin. Josef von Sternberg war schon längst wieder abgereist, der war schon wieder ab in Amerika, weil Paramount, ein anderes großes Filmstudio, gesagt hat, hier, wir haben hier noch einen Vertrag für dich über mehrere Filme, komm mal wieder her. Und am gleichen Abend der Premiere ist dann auch Marlene Dietrich abgereist, denn der Paramount-Chef hatte den Film schon vorab sehen können und hat gesagt, dich nehmen wir jetzt unter Vertrag, du drehst mit uns fünf Filme und dann wirst du reich, berühmt und die Männer werden dir zu Füßen liegen. So kam es dann auch, da hatte er recht. Und diese fünf Filme, die dann in Amerika entstanden sind, sind alle Co-Produktionen mit Josef von Sternberg als Regisseur und Marlene Dietrich eben als der Star dieser Filme. Das war so eine ganz, ganz beliebte Kombination dann in Amerika zu dieser Zeit. Ja, naja, nehme ich an, wenn keiner den Film gesehen hat, die wenigsten wissen werden, worum es geht. Oder was ist denn so der Gedanke, was jetzt so in dem Film passieren könnte hier, die Damen? Was wird jetzt auf euch zukommen? Betrunkene Engel? Irgendeine Vorstellung, was jetzt hier in diesem Film sich ereignen wird? Ja, große Fragezeichen über dem Kopf. Der Film, wie gesagt, 1930 jetzt schon Anfang der 50er Jahre, wurde er in der DDR wieder aufgeführt, 1953. Und da hat man ein kleines Heftchen rausgebracht, das ich in unserem Archiv gefunden habe. Und die Damen und Herren in der DDR haben dazu geschrieben, Heinrich Manns Professor Unrath diente diesem Film als Vorlage. Leider hielten sich die Filmproduzenten jedoch nur sehr lose an den literarischen Stoff dieses großen deutschen Schriftstellers. Zugunsten des rein erotischen wurde Manns Werk seines sozialkritischen Charakters entkleidet. Jetzt gibt es also was für die Herren zu sehen hier. Ich denke aber, es ist nicht nur rein erotisch, es ist auch so noch ein Film, an dem man auch seinen Spaß haben kann. Nicht immer ganz einfach, glaube ich, mit so einer anderen Seherfahrung. Aber dennoch wünsche ich jetzt gute Unterhaltung mit der Blaue Engel. Dankeschön. Dankeschön, Max. Schön kompakt. Und würdest du mal bitte was sagen, wer da noch alles in dem Saal saß? Aus deiner Perspektive hast du das ja noch viel intensiver wahrgenommen. Ja, Menschen. Ja, Menschen. Junge Menschen. Und zwar von knapp zwei Stellen. Nein, so knapp zwei Stellen auch nicht. Also, wie alt war, würdet ihr schätzen, 15, 16, so Jugendliche? Vielleicht sogar 13, 14? Ach, ich hätte jetzt 8. 9. Klasse, würde ich schätzen, so? Ja. Das sagt mir immer nichts mit dem Alter. Ach, der muss plus 6 rechnen. 15, ja, doch, dann bin ich auch dabei. Also so Richtung Jugendweiheil in dem Dreh. Jugendweiheil-Konfirmation, was man so alles machen kann. Bis hin zu graue Haare und, ja. Meinst du Lehrer, oder? Da bin ich aber, nee, nicht nur die Lehrer, da bin ich genauso schlecht. 60 bis 80, ist 80 schon zu hoch gegriffen? Allerdings. Ich habe ja hingeguckt. Also bei 80 kommt man die steilen Treppen hier nicht mehr hoch. Dann bleibt man da unten hier in der kleinen Kuschelzone. Gut, aber gestern war jemand dabei, der schon dem Alter war. Ja, ich kenne auch 90-Jährige, die dann auf die Treppe hochkommen. Aber das ist die Ausnahme. Nee, nee, aber also wirklich gestern war das mal dabei. Ich bin übrigens der Einzige, der hier heute noch keinen Alkohol getrunken hat. Ja, das stimmt. Fällt das etwa auf? Weiß auch nicht. Weiß nicht, das könnt ihr uns in den Kommentaren wissen lassen. Nee, also ein gut alterstechnisch gemischtes Publikum von Filminteressiert zu möglicherweise, jetzt ist heute eine Pflichtveranstaltung angesetzt worden noch. Ja, genau, diese Mischung aus Publikum und war gut gefüllt. Wie viele waren denn da als eigentlich? Ich habe jetzt nicht nochmal... Das hat doch Marc gerade versucht, sich irgendwie darum herumzuwinden, die konkrete Zahl zu sagen. Achso, ich habe gedacht, da müssen wir es stolz sagen. Nee, also da kennst du den jungen Mann, aber recht schlecht. Der wunderbar ist ein bisschen, Carly. Achso, Elena, weil heute kommt der durch die Tür und dann sagst du uns als erstes immer die Anzahl. Das sage ich zu dir, aber das sage ich nicht den Leuten im Podcast. Achso, oh Gott, jetzt habe ich... Okay, ja. Ja, aber entscheidend war doch einfach, du hast dir ja wirklich, das hat man ja auch gerade bei der Einführung gut gehört, nochmal ordentlich ins Zeug gelegt, auch ein gutes Bewusstsein zu schaffen, dass auch 90 Jahre später das durchaus was Sehenswertes ist, was hier über die Leinwand flimmert. Und das ist natürlich nochmal besonders aufregend, wenn die jungen Leute so jung sind, dass man denkt, ja, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt mit Filzen gedacht hätte, ich muss der blaue Engel gucken. Also das war auch schon vor 70 Jahren nicht so. Nee, die vor allen Dingen wahrscheinlich auch gar nicht wussten, was jetzt gerade gleich passieren wird. Also die natürlich gar nicht wissen, oh, eine Einführung, was macht dieser Mensch da vorne? Ich dachte, jetzt läuft ein Film so ungefähr erst mal. Also diese Blicke kamen zum Anfang und dann natürlich auch dieses, ja, was erwartet euch jetzt? Oder das hatte ich auch am Vortag schon bei der ersten Vorstellung bei Gleichaltrigen und Älteren und gefragt, so, wer hat denn den Film schon gesehen? Da ging so eine Hand von zwölf sozusagen hoch, also im Schnitt so. Und dann eben die Frage, ja, was ist blauer Engel? Was könnte jetzt überhaupt kommen und so? Und dann sagt der Erste halt, ja, Umweltschutz ist doch hier blauer Engel, ne? Und dann, ja, genau, die gleiche Antwort hatte ich auch schon gekriegt, ja. Dass ich eben da wieder aus meiner Blase erst mal rausgefallen bin und mir denke, ja, der blaue Engel, den kennt man ja, Marlene Dietrich. Und dann, blauer Engel, was soll das sein? Ach, das ist ein Film. Aha, aha, ja, okay, gut. Und dann wieder, okay, ich komme erst mal auf das Level, wo bin ich eigentlich, ne? Hallo Welt. Aber die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Zum einen habe ich zum einen, dachte ich immer, blauer Engel kennt man, zumindest vom Hören. Man muss ihn nicht unbedingt gesehen haben, aber man kann ihn einordnen. Und zum zweiten habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich anscheinend die Einzige im Umfeld bin, die den kennt, außer jetzt mal ihr beide, ne? Aber so fand ich, dass man so erzählt hat, ich gucke jetzt den Lauten Engel. Aha, was ist das? Ein Kinderhilfswerk? Was? Also das war auch so, ne, mit Marlene Dietrich im Film. Ne, kenne ich nicht. Wo ich immer dachte, das ist ja krass. Selbst Marlene Dietrich ist mittlerweile, wenn man das nochmal so genau nachfragt, ist schon krass. Also wenn die Menschen erstmal so ganz weg sind vom Planeten, dann schwindet das so für die kommenden Generationen. Also ich habe das aber auch nochmal so festgestellt. Also ohne die sehr frühe Lust bei mir an altem Kino, wäre mir das auch verborgen geblieben. Ich meine, ich glaube das erste Mal habe ich Marlene Dietrich in Orson Welles Touch of Evil, Zeichen des Bösen gesehen. Ist es auch hier mit von Sternberg sozusagen mitproduziert? Ne, das ist später schon. Ja, mir ist heute ganz peinlicherweise bekannt, also klar geworden, dass Marlene Dietrich mit zwar ein ganz starker Begriff ist und ich auch einige Lieder kenne, aber das war tatsächlich der erste Film, den ich mit ihr gesehen habe. Ich habe echt gedacht so, hm. Also ich krame gerade in meinem Kopf und werde unsicher, was ich denn da noch gesehen habe. Einen habe ich noch festgestellt bei der Filmografie, wo ich so dachte, stimmt, den haben wir geguckt, auch hier im Podcast. Zeuge in der Anklage wurden. Ach Mann, natürlich. Aber danach wird es bei mir auch, ich hatte sein großer Bluff, Destiny Rise Again, das ist ein Western mit James Stewart, wo es irgendwie um eine Punk-Lote geht. Marlene Dietrich hat auch Western gedreht. Wer in Amerika war in der Zeit, der muss nicht mehr Western gedreht. Ja, da kam keine drumherum, ich weiß, aber trotzdem immer wieder krass. Das heißt, es gibt auch ein Musical mit ihr? War das nicht gerade ein Musical-Hype? Das ist eine spannende Frage, ja. Bob Fosse würde sagen, ja, so Captain Cabaret und so ähnlich. Nee, aber was du sagst, also wer weiß, wir müssen, wenn wir in zehn Jahren eine Folge zu Michael Jackson machen, werden die Leute auch sagen, wer ist das? Zum Thema, jemand ist verstorben. Das ist der Single-Mold-Wistie-Experte vielleicht drin, ich habe alle die Verbände zu Hause. Aber was du eben sagst, so dieser Punkt ist natürlich dieses Thema Asche bewahren oder das Feuer weitergeben. Das ist ja sozusagen eigentlich die Feuer-Weiter-Geben-Veranstaltung gewesen. Aber wenn das eben nirgendwo mehr stattfindet, dann ist doch klar, dass keiner mehr wissen kann, wer ist Marlene Dietrich, was ist der blaue Engel? Und jetzt ist immerhin mal, wir haben hier so einen kleinen Moment der Aufmerksamkeit wieder geschaffen. Und jetzt infizieren wir vielleicht eine Person, die dann ihrerseits irgendwann mal zwei andere Personen aus Versehen infiziert. Ich weiß nicht, ob du darüber mal nachgedacht hast, aber das war ja noch vor zwei, drei Wochen gar nicht so klar, dass er überhaupt jetzt hier laufen würde. Hast du dich noch mal ordentlich ins Zeug legen müssen? Jetzt lief er hier und hat quasi eine Lehrerin auf die Idee gebracht, ich muss jetzt hier meine Schüler hinschmeißen. Also das hat sie ja nur gemacht, weil du dieses Ereignis erschaffen hast aus dem Nichts. Das ist schon spannend, oder? Ja, das ist schon spannend, dass sie die 20-Uhr-Vorstellung durchgebracht hat. Das war die, die sie im Programm gesehen haben. Ich weiß nicht, ob sie die anderen gesehen haben. Also es kam halt ein Tag vorher, abends eine Mail, wir haben gesehen, es läuft da der blaue Engel, können wir kommen. Meine Lehrer haben doch da auch Vorgaben, 20 Uhr, das ist auch schon, glaube ich, grenzwertig. Deswegen mussten die auch ordentlich antreten. Wir haben die Vermutung, ohne jetzt hierzu konkret zu werden, dass die alle jetzt ins Internat schlafen gegangen sind. Ich glaube, das passt. Oder Klassenfahrt. Die haben morgen erst später Unterricht. Ja, na jedenfalls war das, da habe ich mich dann nochmal doppelt gefreut. Also, dass das so ist, dass wir jetzt das mit so einem Haufen junger Menschen gucken, weil ich sitze hier auch manchmal, feiere altes Kino ab und denke so, das muss doch jedem so gehen und ahne schon, das ist wohl nicht so. Aber trotzdem gibt es ja sowas, wo, ja, das ist aber dann noch so universell und es ist auch egal, ob wir was aus den 30ern aus Japan oder sonst wo gucken, da gibt es was, was eigentlich immer irgendwie verbindet. Aber manchmal ist es so abstrakt oder so unnahbar, dass das dann nicht klappt. Aber ich freue mich sehr, mit euch nachher gleich über all die Momente zu sprechen, wo ich dachte, alter Schwede, also hast du gerade gesehen, wie die Kids da abgegangen sind? Weil diese Szene war gerade einfach so gut und natürlich, wir sind alle drin, wir sind gefangen in dieser Geschichte. Also ich hätte heute auch wieder lieber an der Leinwand gesessen und auf den Saal geguckt die ganze Zeit, weil ich ja schon ungefähr wusste, was so passiert, um einfach nur zu beobachten, so die Reaktionen. Das denke ich auch manchmal und mein Ersatz ist immer sozusagen in dem Moment, wo dann das Licht langsam angeht, den Blick nur auf den Leuten zu haben. Weil da gibt es eigentlich auch ganz viel zu sehen, da gibt es das so komprimiert kurz, weil wer da überhaupt noch sitzt und… Wer schon das Smartphone in der Hand hat? Ja, ja, da hatte niemand das Smartphone in der Hand, da war auch noch niemand aufgestanden und da wurde danach dann heiß auf der eigenen Lebenswelt verhandelt, was da gerade zu sehen war. Da war dann unglaublich, dass da nach drei Tagen schon geheiratet worden ist scheinbar. War nur eine Nacht? War nur eine Nacht? Das ist ja unglaublich, diese Schweinegel. Ich habe das Zeitbewusstsein verloren. Das ist ein total, ist das nicht ein toller Typ? Aber ganz kurz, also ihr habt so ein bisschen Reaktionen mitbekommen, ich muss ja dann einmal kurz rausziehen, also es wurde irgendwie auch der Film noch… Ja, vor allem der Mädels-Trupp in der einen Reihe, wo nur die kleinen Mädchen saßen, die haben auch ganz schön aufgegangen nachher, die haben ganz schön viel gelacht, auch ganz laut. Also das finde ich auch immer wieder interessant, dass ich merke, ich kann so eine Geste dann immer gar nicht deuten, also wenn ich dann denke, das ist eine total gelangweilt, so nach vorne gebeugt und gleich fällt der Kopf runter, weil es irgendwie so doof ist und dann… Entschuldige mal, so kurze ich meine Filme immer und ich bin nie gelangweilt. Und dann kommt halt irgendwie die Reaktion, ah ja, das ist so cool. Das ist wirklich, das habe ich schon ganz viel von Erwachsenen, die Kinder oder Jugendliche beobachten, dass die das immer verwechseln, dass wenn sozusagen jemand konzentriert guckt, gucken wir alle, wie die letzten Klopsis sind und denken, es sieht aus wie weggetreten oder es sieht wie alles mögliche aus, nur nicht wie aufmerksam und konzentriert, aber es ist eigentlich genau das so. Also weil die Gesichtszüge entgleiten dann so ein bisschen, weil man wirklich das Gehirn… Genau, da braucht man sich mehr drauf anzutreten. Ja, genau, ja. Also nur einen Moment, den jetzt schon mal kurz hier reingeschmissen, Emil Jannings ist neben Marlene Dietrich so, die sitzen da in der Umkleide und der guckt sich das so verliebt an. Also und dann pustet die Marlene Dietrich in die Puderdose und dann gibt es diese Puderwolke und alle sitzen verzaubert da. Also du hörst überall so ein Schmach, das ging durch alle Generationen durch und quasi, das hat die 90 Jahre, das ist ja über ein ganzes Leben, also eine ganze Lebenszeit eines Menschen sozusagen, wurde mal eben übersprungen und wir saßen wahrscheinlich genauso verzaubert da wie die Leute 1930. Das fand ich schon echt geil. Ach, das war auch eine süße Szene. Er hat das auch so schön gespielt mit dieser Freude, weil sie noch vorhin, sie hat ja vorhin auch zu ihm gesagt, die sind doch besser auch ein ganz hübscher und dann dieses, wie es langsam eben durchkam und dann dieses, oh ich schäme mich und ich freue mich mit Stolz und diese Pausbäckchen, so wie im Comic, so niedlich. Wenn sie ihn dann noch so gefault hat. Ach, das ist so süß, ja. Genau, und das ist so dieser Moment gewesen. Wir könnten jetzt noch ganz viel über Sachen sprechen, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, die Tontechnik hat sich ja wirklich gerade erst selbst erfunden, das ist ja unerträglich, aber egal. Wenn es mal kurz echt ist, ist es echt, dann ist es egal, dann ist es auch egal, ob es dabei rauscht oder knistert oder es sitzt dann einfach und davon gab es ganz schön viele Szenen. Max, was war nochmal dein, achso, dein Impuls hast du gesagt, der Impuls war sozusagen Todestag von Marlene Dietrich. Von 100 Jahr Rufe. Ja, lass uns mal kurz mal so ein bisschen so, so mal, so einmal so, so ranrobben, so filmhistorisch. Also, Josef von Sternberg, gibt es da jetzt irgendwas, wo wir jetzt noch sagen könnten, da haben wir schon eine Seherfahrung zu? Ich nicht. Nee, ich auch, ich glaube ich auch nicht. Äh, nicht bewusst. Ist Sternberg auch, 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 auch Gier? Ist das das? Also, ich weiß, äh. Reed ist Stroheim. Stroheim, ach, ich glaube ich. Und genau das ist, obwohl, er hat dann auch versucht, so ein bisschen wie er wohl zu sein, irgendwie. Ah ja. Aber hat er schon, er hat auch schon Stummfilme gemacht? Ja. Na gut. Er hat in Amerika eben angefangen. Das hat mich, ja, genau, weil es hat mich so ein bisschen durcheinander gemacht, dass der Film wirklich so aussieht, als würde jetzt durch dieses neue Tonverfahren die ganze Filmsprache nochmal neu erfunden werden. Also, es gibt viel, tausendfach dynamische, geschnittene Filme zehn Jahre davor, so, ne? Also, der ist schon quasi sehr ruhig, aber du hast das ja auch sehr anschaulich beschrieben. Die saßen ja auch alle in diesen komischen Kabinen und, 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 und die Kameras waren eingepackt in, 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 in kleine Mini-Häuschen, damit sozusagen man überhaupt den Ton aufnehmen konnte, ne? Also, wahrscheinlich hat wirklich der Ton nochmal alles so fast auf null gesetzt, so, was so die Möglichkeiten ist. Und es war, also, wenn ich das richtig verstanden habe, die erste Produktion eben in diesem neuen Tonkreuz in Babelsberg. Es ist dann nicht der erste Tonfilm an sich gewesen in Deutschland, aber eben quasi eine der ersten Produktionen auf jeden Fall. Ja, das hört man dem auch, ne? Also, das hört man auch. Aber es ist gut, das zu wissen, so, dann macht es manchmal auch spannend, so, das so zu entdecken, ne? Also, also, heute wäre das, ist das doch für uns, also, ich fühle, ich, das ist ganz komisch, ne? Ich gucke eine Szene wie, äh, 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 der Janix nimmt dann einen Schüler mit nach Hause und hängt seine Jacke auf, so. Und das ist komplett tot auf der Tonspur, außer allgemeines Rauschen, so. Erst wenn er was sagt, ist wieder was zu hören. Und das, das ist man gar nicht mehr gewohnt, ne? Natürlich ist es völlig unerheblich, dass ich höre, wie er seine Jacke aufhängt, aber mich bringt es heutzutage raus. Ich bin gewohnt, immer auch das Geräusch, wenn ich will, ne, wenn ich also auf der Leinwand was sehe, wenn ich darauf achte, dürfte ich fast immer auch das Geräusch dazu hören. Es sei denn, es ist ja gerade künstlerisch anders gewollt. Und hier ist man öfter in Momenten drin, wo das jetzt offensichtlich nicht jetzt eine spezielle Idee war, weil es gibt ja andere Stellen, wo erst da auch nicht kreativ mit dem Ton auch gearbeitet wird, ne? Also, ja, jetzt bin ich in so einer technischen Komponente. Wollen wir nochmal ganz kurz einmal zusammenfassen? Äh, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Leute zuhören, die den Film noch nicht gesehen haben und vielleicht auch noch nicht so sicher sind. Ja, sonst machen, sondern gucken. Ne, äh, ja, der blaue Engel ist, ähm, in, unsere männliche Hauptperson ist Emil Jannings. Der spielt Professor Doktor, ne, doch, Professor Doktor Emanuel Rath, Lehrer am örtlichen Gymnasium. Und er findet heraus, dass seine Schüler, statt ordentlich beiraf zu lernen, lieber in einem Nachtclub in einer Spelunke den blauen Engel rumhängen und die wunderschöne Lola Lola, gespielt von Marlene Dietrich, anhimmeln und ihr Avancen machen. Und da will er natürlich jetzt, wo er es rausgekriegt hat, mal dazwischen funken und eigentlich will er dem, dass sie ja eigentlich das lokal anzeigen sogar, weil die seine Leute da beherbergen. Und, äh, verfällt dann aber eben, eben jener Lola Lola und, äh. Also er ist Verliebte sich einfach mal und das scheint, als wäre das beiderseitig so. Und dann ist einfach die Welt so ungerecht und blöd, dass das kaputt geht, oder? Ja, also dass er eben dann sehr viel einstecken muss, ja, genau. Ja, also er muss vor allem, er kann dann nicht mehr Lehrer sein, das scheint quasi eindeutig zu sein. Er will ja, also ich finde es ja so schön, dass das ja wirklich, da passiert ja quasi nichts Verwerfliches oder so, ne. Also der, 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 der Jannings darf ja wirklich jetzt mal zeigen, dass er schon auch ein gerechter Mann ist, so, ne. Also der jetzt auch ganz ehrenhaft an diese Frau herantritt, so. Und, ähm, also sozusagen, er kann da sehr gut einfach drüber hinweg gucken, dass sie ja sicherlich auch Prostituierte ist. Ja, aber sind wir ja schon voll drin, findest du denn, dass er da naiv ist oder weiß er es nicht besser oder blendet er das aus, weil so wie er den Kapitän dann da zusammen tollert? Also, ja, komme ich gleich nochmal drauf. Ich wollte nur sagen, also er macht das sozusagen, also er kann sozusagen das, also im besten Sinne, im guten Wortsinne gleichgültig, ne. Also das ist sozusagen alles gleich gut so, gleich okay. Also, ähm, er macht da keinen Unterschied und, äh, der Unterschied wird aber sofort von allen anderen um ihn herum gemacht, ne. Also der Direktor schmeißt ihn offensichtlich dann sofort raus und damit ist er ja gezwungenermaßen dann mit in diesen, äh, Unterhaltungsspelunken-Kram, der dann offensichtlich auch immer von Saison zu Saison, zu Ort zu Ort zieht und das zieht ihn auch runter und da muss er sich am Ende auch noch entblößen vor seiner, äh, Heimat-Community und, äh, das löst die Katastrophe dann ja eigentlich aus, so, also, oder besiegelt die Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, ich finde den, ja natürlich ist der naiv, weil der ja offensichtlich von der, äh, sozusagen seiner Freizeitwelt scheint ja so gar nicht zu existieren. Also sie macht sich quasi ja nur daran fest, dass es da so ein Ritual mit der Hausfrau gibt und dem Vogel, den wir ja nie lebendig erleben. Also, also ich finde sozusagen der Anfang des Films macht schon sehr markant so, da ist nichts an Lebensqualität drumherum, deswegen ist das Wichtigste in seinem Leben ganz offensichtlich ja auch die Schule und das macht er ja mit, äh, sehr unangenehmer Ernsthaftigkeit so, das ist, ähm, ich überlege halt, gibt's so irgendwie so, ich meine irgendwie ist ja ein bisschen süß, wie er sich so sein eines Zückerli in die Tasse schmeißt morgens und man ahnt schon, dass er eher so der Typ für drei Zuckerstücke ist, aber, äh, äh, ich, ich weiß ja nicht, macht ihr euch so Gedanken drüber, was der so hat in seinem Leben, ob der was gesucht, also er sieht ja so aus, als würde der nix suchen und dann stolpert er da auf die Lola Lola und dann weiß er erst, was er eigentlich alles nicht hatte, so. Und deswegen finde ich das zum Beispiel so naiv, wie man halt immer ist, wenn man sich voll verknallt, so, ne, ne, wenn man gedacht hat, ich brauch nix, ich hab schon alles, bumm, taucht diese Frau auf und dann ist das, ist das alles anders. Na, für mich ist ja eben dieser, also schon in so einer Art Klischee eben dieses, äh, hochgebildet, aber eben völlig weltfremd, ne, also die, äh, quasi sein Leben mit den Büchern verbracht und was, äh, neben den Büchern am Rande, ja, das hat er nie mitbekommen, so ungefähr, ist so mein Eindruck von ihm, eben deswegen, äh, in diesen Nachtclubs und so, wenn er da in dunklen Gassen nachts umher schreift, auch ihn treiben muss, ne, äh, verfängt sich in diesem Netz da, wenn er das erste Mal reinkommt. Ähm, und das ist ja auch bezeichnend, sein, sein erster Satz, den er dann sagen darf, ist, setzen. Angst, kommen Sie her, machen Sie das weg, so, damit geht's los und das Letzte, was er eben sagt, ist, äh, 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 so, das sind seine letzten Worte und, äh, zeigt er auch schön dann diesen Weg. Wie schaust du denn so auf den Herrn Rath? Ja, also ich finde, am Anfang ist ja sozusagen seine starren Routine drin, so, also so wirklich, er wirkt auf mich auch so, als wenn er sozusagen zufrieden damit wäre, er sucht auch nicht mehr, also er ist in sich eigentlich geschlossen und das ist eigentlich, ob das ist sein Leben, das ist okay, das ist halt sein Alltag, er mag, glaube ich, auch das Geplante, sozusagen, er mag keine Überraschung, er mag wirklich dieses komplett Gezielte, dass er jeden Tag die gleiche Routine hat, dass er gerne seine Bücher liest, dass er wirklich, er ist ja auch sehr belesen und sein ganzer Raum ist ja auch voller Bücher, der ist ja wirklich auch, äh, nur dabei und hat halt sonst kein soziales Leben, deswegen am Anfang mit Blauer Engel, der weiß auch gar nicht, was am Anfang das ist, hab ich das Gefühl gehabt und auch mit diesem, das ist das erste Mal das Bild mit dem, ähm, naja, auf hochpustbaren Röckchen in der Hand hat, da wirkt er ja auch erstmal wie ein kleines Kind, das die Welt entdeckt. Ja, das stimmt, ja. Und, ähm, ja, und das entwickelt sich halt auch mit dem Club und ich, äh, naiv ist man Sachen, Liebe macht die letztendlich auch immer gerne naiv, nur gerade diese erste Verknalltheit und ich glaube, der weiß gar nicht, wo die Reise hingeht am Anfang tatsächlich und, ähm, sieht eigentlich nur sie, ich glaube, der blendet alles andere aus und sieht eigentlich nur sein Glück und ich glaube auch mit dem, dass sie vielleicht auch eine Prostituierte ist und ich glaube, das ist ihm tatsächlich nicht bewusst, ich glaube, er sieht nur sie als, äh, an seiner Seite und wirklich nichts anderes, dass sie lieb zu ihm ist und dann merkt er das erste Mal, dass ihm vielleicht doch was im Leben gefehlt hat. Ja, das wird mir gerade klar, weil der, sie wendet sich ihm ja sehr stark zu, also sie verführt ja im Grunde genommen ihn, ja, und, ähm, das ist ja, also... Das ist die volle Umkehrung eigentlich. Ja, genau, also ich meine, die Zugewandtheit seiner Haushälterin in allen Ehren, aber das hat Grenzen. Ähm, nee, also er kommt ja da rein in ihr Zimmer und so, ich bin hier und dann, äh, und denkt, er ist derjenige, der die Macht hat und dann macht sie einen Satz und schon ist klar, nee, nee, hier ist ihr Terrain, hier macht sie die Regeln und alles. Und das ist ja vielleicht sogar verständlich, dass so ein, so ein autoritärer Lehrer sozusagen mal das auch genießt, so, ach, jetzt muss ich mal gerade nichts sagen, so, was passiert denn jetzt? So, hu, hu, hu. Also es ist ja wirklich auch, das ist so schön, das zu sehen. Also, ja, also ich, ich, ich glaube, wahrscheinlich sage ich nur deswegen das Wort naiv nicht so, weil ich das gar nicht so bewerten will, weil bei mir naiv auch irgendwie was mitschwingt, was vielleicht irgendwie was Negatives ist, obwohl ich an sich so Naivität ja auch wie ein Geschenk empfinden kann, so, ne, wenn man so quasi wirklich offen ist, so, ne, also naiv ist ja eigentlich ein böses Wort für Offensein, so, ne, unangenehm. Erkenntlich, naiv ist aber auch hier neugierig auf die Welt. Ja, das ist das, glaube ich, ja. Ich glaube, neugierig ist doch wahrscheinlich die netter formulierte Variante von naiv. Und neugierig wird, ja, und da sieht am Anfang alles andere als neugierig aus. Da sieht aus, die Welt ist komplett einsortiert. Da hat ja auch schon ein Alter, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, da kommen jetzt noch die großen Wendungen und Überraschungen, so, ne, also das sieht so aus, als müssten die Schüler den noch ein paar Jahre erleiden und er zieht es noch so durch und dann fällt er um, dann ist es aber auch egal, so. Also an den hätte sich kein Mensch erinnert. Wahrscheinlich, oder? Wisst ihr, was ich meine? Also, na, höchstens, wenn er noch irgendwie ein Buch veröffentlicht hätte oder sowas. Aber, ja, ja. Ja, die Abition sage ich auch nicht. Er wirkt einfach so klein, er wirkt einfach wie ein Stiesel am Anfang. Also zumindest im Klassenzimmer. Ich finde, privat wirkt er ja gar nicht so sympathisch. Er zeigt ja Emotionen mit dem Vögelchen allem und... Ja, aber da ist ja schon der Punkt. Das Leben um ihn herum gibt es in dem Sinne nicht. Der Vogel ist tot und es gibt nur... Der landet auch nicht im Hof. Naja, gesungen hat er eh nicht mehr. Also, dieses... Da prallen ja wirklich auch immer Welten aufeinander. Der, der hier seine Ordnung hat und da steht das Frühstück. Wenn die Uhr ist, bin ich in der Schule. Zack, zack, zack. Es gibt eben diesen festen Plan, es gibt das feste Verhalten. Zucht und Ordnung, sage ich jetzt mal so ein bisschen als Übergriff. Und dann eben, ja, so ein Vogel kann da nicht leben. Da sind die Zigarettenstummel, der ist ausgeräuchert sozusagen. Und dieses Vogelmotiv zieht sich ja auch eben durch den kompletten Film und macht das ja auch deutlich so. Das ist dann eben bei ihr in dem Käfig, da zwitschern die Vögel morgens und die Gänse auf dem Markt. Und bei der Hochzeit kann man auch Kikeriki ordentlich rufen und später dann eben nicht mehr. Und das ist ganz toll da eben drin. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt bei dem Film. Ich wusste nur den Hiedl. Ich wusste die Hauptdarstellerin. Also ich wusste da... Ich wusste auch nicht, wo die Reise überhaupt hingeht. Ich dachte nur so am Anfang, oh, das ist ja schön lustig, das ist überraschend lustig und auch schön inszeniert. Auch die Sprache selbst ist auch fantastisch. Heutzutage ist es ja so schlodderig und ich sage mal lauterige Altschak-Sprache, die man jeden Tag so trifft. Und es ist wirklich noch gewählter Ausdruck, wo man auch momentanweise belächelt hat. Aber so und so, wenn du das gerade so sagst, wollte ich gerade sagen, ich hatte das Gefühl, genau, je nachdem wer so spricht, ich finde das bei Marlene Dietrich, kommt manchmal auch so ein Schlag mit so rein. Und vor allen Dingen hier bei Rosa Vallette, ihr erinnert euch vielleicht aus M, da hat sie die Bardame gespielt gehabt. Also danach ja logischerweise. Und hier eben die, na los Professor, kipp dir mal einer in die Winde. Also dieses Gefälle in der Sprache ist auf jeden Fall da. Aber genau, das sind die ganzen Mädels. Also das stimmt schon, dass sozusagen die Hauptfiguren, die haben ja auch wirklich viel Text und reden mal über große Sachen und so. Aber so an den Rändern, da ist schon doll so, wenn die ganzen, gerade so in der ersten Hälfte sind wo noch die ganzen wollig runden Frauen, die da immer noch so im Hintergrund bei Melanie Dietrich rumsitzen und ihr Bier trinken. Das ist auch so doll. Das ist so traurig und schön und gemütlich gleichzeitig. Ja, die Augennummer, habt ihr die gesehen? Ja. Einmal ganz kurz, hm. Und die dann auch noch so sagt, hier, das ist eine richtige Verkehrsstörung. Ein riesen Lacher, ja. Also für mich. Ja. Also ich finde sowieso, wieder das Thema Erfindung der One-Liner, also direkt mit den ersten Tonfilmen, ganz klar, was da so für Sprüche noch kommen. Was verstehst du denn von Liebe? Aber zum Beispiel, das Nichtswissen über diesen Film hatte wirklich für mich seinen Höhepunkt. Ich hatte von nichts, also wer jetzt übrigens wirklich noch zuhört und denkt, ich gucke ihn, dann jetzt wirklich mal kurz nicht hinhören, weil es lohnt sich auch nicht so viel zu wissen. Nee, Pause, Stopp drücken, gucken und dann wiederkommen. So, willkommen zurück. Also der Hammer ist doch wohl Hans Albers Auftritt zum Schluss, oder? Das ist doch, das habe ich nicht gewusst. Das finde ich riesenlustig, auch dass er irgendwie Hans Albers Schnuppipuppi heißt. Hans Adalbert Matzeppa. Und dass der so ein ekelhafter Typ ist, wo er doch sonst immer der große Charmeur und Held ist, aber ich fand ihn schon immer auch ein bisschen irgendwie zu doll drüber so und das darf er so richtig sein, ist ein richtiges Ekelpaket so, kreilt sich da einfach die Frau so weg und geht so, ja wirklich über alle Gefühle einfach drüber. Das war für mich eine schöne Überraschung so. Ja, also ich hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch nicht so doll auf die Titel-Einblendung geachtet. Ja, das stimmt. Und dann kommt er da rein durch die Tür und ich denke so, äh, was, den kennst du noch? Und dann regt er auch gleich so diese Sprüche eben, ne, wenn er dann eben hier, ja, komm wieder, aber nicht in den nächsten fünf Jahren und sowas und dann verpasst du nicht deinen Zug und dann eben dieser, was verstehst du denn von Liebe? Und auch diese Betonung auch einfach, ne, wo du eben unverkennbar, das kann eben nur er wahrscheinlich so eben rüberbringen. Total starke Sache, ja. Ich muss ehrlich sagen, bei Hans Albers erkenne ich nur den Namen, ich kannte, wusste nicht, ich hatte den jetzt auch nicht erkannt, ich wusste nicht, wie er aussieht, ich habe mit dem noch nie vorher was gesehen. Hält sich auch in Grenzen, hätte Max nicht mal was angeschleppt in der Wiedererführung, aber wenn du jetzt dann irgendwann mal die große Freiheit Nummer sieben oder sowas guckst, den ich auch noch nicht gesehen habe. Gucken wir gleich noch, draußen das Bild hängt ja hier ein. Naja, also weil dann, aber dann wirst du merken, da geht so ein ganzer Kosmos auf. Und genau, bei den Nazi-Filmen war er auch ganz gut dabei, offenbar, ne. Wobei das ja eher, dieser gemischte Film ist quasi aus Reißer. Das war jetzt missverständlich. Übrigens soll einer der Schüler, soll Wolfgang Staute gewesen sein. Aha. Habe ich gelesen, aber ich habe auch dann beim zweiten Mal so geguckt und gedacht, ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne den ja nur so als 90-Jährigen, glaube ich. Ja, so zwei, drei Fotos auszubleiben. Ja. Ähm, T90 etwa. Ja. Ich finde es übrigens total, also ich habe jetzt natürlich auch die Muße gehabt, jetzt so beim zweieinhalb Mal sehen des Films innerhalb weniger Tage auch mal wieder so auf andere Sachen zu achten, wie zum Beispiel, wenn er die Schule zum vorerst letzten Mal verlässt, dann steht er eben da am Pult und nimmt seine drei Sachen, ne, und dieses, was, was hab, also war für mich so sinnbildlich dieses, jetzt ist er gefeuert, was habe ich eigentlich, also das ist mein Leben hier, so ein Klappmesser, zwei Bücher, so und das war's. Und dann fährt die Kamera so zurück und zeigt eben den leeren Saal, äh, den leeren Klassenraum. Und genau diese Sache, diese Einstellung wird dann nochmal wiederholt, eben am Schluss, wenn er da wieder am Tisch ist und die Kamera fährt wieder so zurück und dann ist eben Abblende und Ende. Wie das eben immer wieder so quasi nochmal wiederholt wird und dadurch natürlich so eine Verbindung aufbaut oder eben der sofort auftauchende Clown, der da irgendwie immer präsent ist, ohne dass er tatsächlich irgendwie groß jetzt in das Geschehen eingreift, aber halt immer dasteht und guckt. Und man denkt ja auch, also okay, der gehört da irgendwie zu dieser Truppe, aber was macht der da? Ja, und dann eben, ja, achso, das war ein Foreshadowing hoch 10, äh, wir haben ja schon mal kurz in die Zukunft geschaut. Ja, das finde ich auch sehr stark, das ist da, jeder, jeder, jeder Moment, jede Figur, also wenn ich am Anfang auch denke, ist der jetzt wirklich nur für den Gag am Anfang mal da, dass da so ein trauriger Clown da irgendwie vorbeischleicht so. Und was für eine Dimension das bekommt, wenn sich das erste Mal Emil Jannings den Strich in das Auge zieht. Wenn das Kalenderblatt weggeht, also auch diese Montage dieser Zeit, ne, das ist ein Kalenderblätter und dann haben wir ihn gerade noch gesehen, wie er schon so ein paar Stufen abgestiegen ist und dann kommt dieser Schnitt und es ist nur noch ein Spiegelbild und er selbst nur noch ein Abbild, so eine totale Karikatur, schon völlig geschminkt, gar nicht mehr wiederzuerkennen eigentlich. Fand ich auch total beeindruckend. Sag mal, was macht man eigentlich mit so einer heißen Schere? Das ist ein Dampfbügeleisen, das ist zum Haare glätten, ne? Weiß ich nicht, ich wollte euch auch fragen. Ich habe es mir gegeben, nicht einfach dich zu fragen, du müsstest das ja jetzt wissen. Nee. Ja, ist ja ein Ding. Nee, weiß ich auch nicht. Oder andersrum, ich hätte gedacht, es ist so wie das heutige Dampfbügeleisen, sie hat gesagt Dampfschere und sie hat das ja am Mund irgendwie so leicht getestet. Für mich war es auch eine neue Erkenntnis mit der Kohle, einfach auf die Kohle spucken und sich dann hier die Wimpern lackieren. Ach so. Vielleicht irgendwelche Haaransätze da. Ich habe erst gedacht, dass er sich mal hier rasiert oder so, weil er auch so wieder zu pennet, dass es irgendwie damit auch zusammenhängt. Sie hatte gesagt, er soll ihr die Dampfschere geben und dass sie dann noch zu heiß war, um das eben zu machen, wofür die vorgesehen ist. Sie ist offensichtlich nicht dafür, Kalenderblätter zu zerteilen, eigentlich gedacht. Jetzt kurz mal der Exkurs Emil Jannings, der letzte Mann. Wann ist der ungefähr? 24. Das ist ja beeindruckend. Ja, weil ich dachte, dass der schon viel älter ist, der Emil Jannings so, aber da ist er ja offenbar schon auf alt gemacht in der letzte Mann. Das war mir gar nicht so bewusst. Also ich habe auch total Bock, den jetzt nochmal zu gucken. Ja, ja. Also ja, das war jetzt wirklich nochmal schön. Weißt du, zufällig ist der, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob der denn auch in den 30ern noch ordentlich weiter gedreht hat, ob der sich auch noch mit den Nazis gemein gemacht hat? Ja, er ist ziemlich ordentlich damit offen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das war zum Thema leitende Positionen, Kulturbetrieb, aber er war, und danach gab es dann eben ein Berufsverbot hinterher, nach dem Krieg. Tatsächlich. Da war dann Schluss für ihn. Und eine dieser Anekdoten, die eben im Bonusmaterial auch bei der Eureka Blu-ray-Veröffentlichung erzählt wird, ist eben, dass er möglicherweise deswegen auch wieder nach Deutschland gekommen ist, weil mit dem Tonfilm und sein Englisch war wohl nicht so das Beste, deswegen hatte er wohl ein bisschen Angst, dass das da scheitern könnte in seiner Karriere in Amerika. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht sagen, ob und wie valide das ist. Wie lange war Marlene Dietrich noch in Deutschland? Die ist, wie gesagt, am Tag der Premiere ist sie noch abgereist und war dann eben, hatte sie einen Paramount-Deal, fünf Filme zusammen mit Sternberg gemacht, wurde Riesenstar und dann hat sie da gelebt. Und als dann ein Schauspiel vorbei war, halt... Vorher ist er jetzt noch in Berlin zurückgekommen. Ja. Also die sind alle ihre Wege gegangen. Ich überbilde mir eine, die war glaube ich 10, 15 Jahre, hat sie in Hollywood gelebt, dann ist sie wieder in die Schweiz gezogen. Und dann eben als... Ich kann mal gelesen, dass sie irgendwie die beste Freundin von Cappuccino war damals und die hat sich ja damals umgebracht und dann ist sie danach nach Berlin gegangen, hat sie ja noch eine Tochter gekriegt und alles. Und ist auch gestorben. Ja, in Paris ist sie gestorben, das bin ich mir ziemlich sicher. In Paris ist sie gestorben? Ja. Das ist immer mit angegeben. Ich weiß auch, wie bei ihr, ihre Tochter ist auf jeden Fall in Berlin. Also die ist ja mittlerweile auch schon... Hat ja auch in England alles. Das ganze Airbus auf jeden Fall, die haben irgendwie diese ganzen Kostüme und alles haben die damals hier ans Theater gespendet, das weiß ich noch. Aber... Ich mache jetzt mal den Sprung zum Thema Studioarbeit. Also ich, wenn das erste Bild kommt, dann denke ich so, ja das könnte jetzt auch ein Stummfilm sein, so dieses Expressionistische, dieses verwinkelt, abgedingste und dann auch die Gassen... Aber ist das alles Studio oder das sah so gemütlich aus, da wäre ich auch immer spazieren gegangen. Das fand ich sehr schön. Also die Katze, die schwarze Katze? Ja, das war so ein bisschen wie Winkelgasse. Also durch die Bank, ja. Das fand ich auch sehr süß, als dann auch noch die Schiffsmasten so irgendwie an die Tapete gemalt waren. Dass dann wenigstens noch einmal so ein Nebel holen, so... Also sowohl die Außendarschläge, als dann eben auch vor allem die Innendinge, also was da eben alles so quasi tapeziert worden ist, eben in diesen Künstlerräumen, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde, das macht auch den Charakter des Films aus, wenn sie ja selbst auf der Bühne sind und dann hängt da noch was im Bild und du willst es irgendwie so wegschieben oder ich nehme mal dieses Netzwerk oder dieses Ofenrohr bei ihm im Zimmer auch, wo du denkst, jetzt mach doch mal, ich will das Bild sehen und dann... Nee, nee, das gehört irgendwie dazu, so diese Enge, dieses vielleicht eben auch sinnbildlich, ja, dieses eingefärcht sein und daraus ausbrechen können und dann, wie gesagt, im Netz verfangen, plötzlich ist der Scheinwerfer auf dich gerichtet. Ich meine, als du vorhin von dieser Kamerafahrt gesprochen hast, die es quasi zweimal gibt im Klassenraum, ist das, glaube ich, da war es das auch zum Thema Kamerafahrten, ne? Also, oder? Es gibt einmal den Schwenk, wenn er auf der Loge sitzt oben, aber sonst... Ja, ich meine, also... Gefühlt ist viel eben, das... Genau, ich habe das Gefühl, vielleicht durch die Technik nochmal besonders... Notwendig geworden durch diese Tongeschichte, dass das gar nicht anders ging, aber genau, der Film kriegt dadurch was Klaustrophobisches, also es sind ja keine opulenten Sets im Sinne von, oh, muss das geil sein, auf dieser Bühne zu spielen, nee, es ist so, oh Gott, das ist es jetzt so, ne? Also, dann kommen auch so diese ganzen Lieder, also die man, also gerade das eine, ne, ich bin von Kopf, Fuß, Fuß auf Liebe eingestellt, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber noch nie so unglamourös und, äh, so, so, ja, eigentlich auch gerade beim letzten Mal ist das ja auch total traurig auch, ne, weil es so ein, weil es da Unterton ist, so, das, das, das klingt halt wie so ein Versprechen, so, das alles mit der Liebe, so, aber die leben ja in einer Welt, in der das total für den Arsch ist, so, ne? Also, das, das finde ich schön, dass der Film sozusagen, also, ähm, ich habe das Gefühl, also, das ist ganz bewusst nicht so, nicht so opulent, also, also, ich finde es auch manchmal trotzdem schön anzuschauen, so, aber es ist eben, es erzählt keine, es ist keine Märchenwelt, es ist ganz, also, dafür, dass das quasi alles im Studio eine künstliche Welt ist, ist das aber eine ganz schön, ja, wahrscheinlich, also, also, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja, es ist eben Hinterhof und nicht, äh... Das ist keine verklärte Welt, das ist keine, genau, die so tut, als wäre die Gasse auch irgendwie ein cooler Ort, ne, die Gasse ist eine Gasse, so, und das aufregend ist die Katze, die da durchs Fenster springt, also, das ist so... Und man muss den neuen, äh, großen Act muss man erst mal locken mit, ja, danach kannst du in London, äh, New York, die Bühnen der Welt stehen, die offenen, ja... Und es strahlt zum Beispiel auch auf den Straßen trotzdem auch ganz schön Einsamkeit auch immer, also, es ist auch, also, es sieht halt nicht aus wie ein Ort, wo die Lebensfreude ist, und wo sind sie alle? Sie sitzen alle in dieser Spelunke, und äh, 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 und wenn dann wieder der eine vom Schiff kommt, dann will er für Geld auf jeden Fall auch die Marlene sich grabt, die Lola, ne? Und einen Ananas hat er ja auch dabei. Boah, echt, ne? Also, das ist toll, wie der Film da dann wirklich... Aufnahme. Ich hab das Gefühl, es ist lauter. Lauter, viel lauter. Das war schon die Batterie, die langsam leise gegangen ist, da war weniger Leistung drauf. Bing, bong, bong, bong. Das ist immer noch krass laut. Vielleicht, weil ich es umgedreht hab, ist denn irgendwas verschoben? Ja, vielleicht auch das. So, ich fühl mich jetzt wieder... Ach doch, stimmt, du hast dich volle Kante aufgedreht dabei. Ja, 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 warte, warte, nee, du hast tatsächlich den erwischt. Ich sprech mal so ein bisschen weiter, falls das jetzt... Ja, also, weil du das nicht an der Batterie... Wenn du da wiederkommst, dass ich jetzt so... Ja, Kalli, kannst du auch noch was sagen? Äh, ja. Red mal weiter. Klappt das so? Also, hört ihr mich? Ja, manchmal ein bisschen lauter. Ja. Ja, okay. So, ja. Ach, das wird ja wieder ein schönes Schnittfestival hier. Äh, wo waren wir denn? So ungefähr. Bauten hatten wir... Kneipe Mitte hoch. Ach so, genau. Ja, ich glaub, ich hab grad mich so rein fabuliert in... Äh, wie das alles nicht so opulent aussieht. Sonst machst du ruhig auch ganz unspektakulär. Wir hatten jetzt grad hier ein technisches Dings und... Ich steig jetzt wieder ein. Kannst natürlich auch den Schnittmeister machen. Weißt du, so ein kleines bisschen ziniastische Illusionen musst du mir doch lassen. Achsensprung. Achsensprung. Boing. Ja, ups, da ist uns mal ganz kurz die Batterie alle gegangen. So, aber jetzt können wir weiterreden. Ja. Ja. Ja, die Sets, das Studio... Wolltest du noch zur Studiosituation noch was anderes beitragen? Ne, wie gesagt, ich fand die eben sehr, sehr beeindruckend. Ja. Äh, ich find auch, zum Schluss dreht er auch nochmal so richtig auf, was die Inszenierung angeht, mit diesem Auftritt. Ja. Äh, wenn dann eben so dieses, ich weiß nicht, der Lüfter, also es sieht aus wie ein Lüfter, der, wenn du diese Schatten da immer, die sich drehen im Hintergrund und dann steht er hinter der Bühne irgendwann endlich und dann fängt er an, diesen einen Schritt nach vorne und dann kippt der Oberkörper und zack kommt der Schnitt und es ist Marlene Dietrich, die weitergeht, wie diese Bewegung direkt übergeht in sie. Also dieses, also, weil du das gerade so sagst, ich finde gerade wirklich das Ende, also das letzte Viertel so ist unglaublich dicht auch inszeniert und auch wirklich brillant geschnitten, auch mit viel mehr Perspektiven und so, wo ich hatte so, also am Anfang gibt es zum Beispiel eine Szene, das habe ich überhaupt nicht verstanden, da geht der quasi als Lehrer gerade zu seinem Klassenraum, wir sind draußen im Flur, er drückt die Klinke, Tür geht auf, wir hören das auch, Schnitt nach innen in den Klassenraum, drückt wieder die Klinke und Tür geht auf. Also es ist so wie, habt ihr das jetzt gerade wirklich so kacke zusammengeschnitten? Es passt überhaupt nicht zu der Brillanz, die später da ist. Ich weiß halt noch, dass zur Stummfilmzeit war das völlig üblich und auch die ersten Tonfilme noch, dass die immer in mehreren Fassungen gleichzeitig gedreht worden sind. Also zum Beispiel die 300 Tankstelle gibt es auch als französischen Film und als englischen Film und zwar teilweise mit den gleichen Darstellern und auf jeden Fall alles in den gleichen Orten gedreht. Also man hat dann quasi erst eine Szene auf Deutsch gedreht, dann die ein, zwei Leute ausgewechselt, die das nicht auf der Sprache hinbekommen, dann das auf Französisch und dann das auf Englisch und dann erst nächste Szene. Ist eben mit The Blue Angel genau das gleiche. Und auch was zur Stummfilmzeit noch noch üblich, das haben die schon bei Tonfilmzeiten auch noch ein Weilchen gemacht, dass man immer zwei Kameras nah beieinander hat gleichzeitig laufen lassen, weil dann hatte man zwei negative und konnte dann mehr Kopien machen, bevor das Negativ dabei kaputt gegangen ist. Was auch dazu führt, dass du oft quasi verschiedene Takes in verschiedenen Kopien hattest. Also es gibt ja nicht so die eine definitive Fassung und weil jetzt auch die Bildqualität so Larifari war so von dieser 2012er-Restaurierung. Ich bin, das gucke ich heute Abend nach, ob dieser Schnitt mit der Türklinke genauso scheiße ist in der Fassung. Das würde mich wundern fast. Ich glaube fast, dass das irgendein Restaurations, also das hat man nicht bemerkt so, dass das eigentlich so nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass wäre der Regisseur jetzt noch am Leben der Sternberg, würde sagen, was haben wir denn da gemacht? Nur an der Stelle, aber das Tempo vom Film, das finde ich jetzt wirklich nochmal interessant. Also ich würde gerne einmal den Bogen machen, das würde über das Ende dann weitersprechen können. Aber vorher nochmal, wie ging es denn euch so am Anfang des Films? Weil ich fand schon erstaunlich, wie viel Zeit er sich denn so, also die Szene war so ein bisschen Theater so. Also lange Einstellungen, lange Zugucken. Ich meine, bei manchen Sachen finde ich es ja auch, das ist ja so angelegt, wenn er sich da hier sein Taschentuch aus dem Arsch pult, wo ich denke, wo geht denn jetzt seine Hand hin? Wo verschwindet die denn jetzt? Was holt der denn da vor? Ich dachte, der kratzt sich mal ein bisschen am Arsch. Sein Zaubertrick quasi und dann kommt dieses Taschentuch und eben so diese totale Witzfigur und das dann eben noch zweimal, dreimal. Also da ist es nachvollziehbar, aber das andere denke ich dann eben auch so, oh ja, sehe Gewohnheit von heute. Ich muss mich erst wieder einstimmen. Er zieht das ein bisschen länger, als vielleicht sein müsste wahrscheinlich. Hast du das auch gemerkt, Kalle? Eigentlich nicht. Ich fand es wirklich nicht schlimm. Ich mag das ja gerne, wenn sich Filme Zeit lassen. Also für mich war das, habe ich da sehr heimisch gefühlt tatsächlich. Es hatte für mich auch keine Längen. Ich fand es sehr, sehr schön von der Charakterisierung. Ich fand es auch schön, dass da nochmal seine Routine durchkam, dass er jeden Tag erst mal als erstes, wenn man sitzt, seinen Taschentuch rausnehmen muss. Ich war auch beruhigt, als man dann genauer gesehen hat, eine Einstellung, dass es immer Neues war. Und dass es manchmal auch ein Höschen war plötzlich. Das hat er ja nicht in der Klasse gehabt. Das hat er ja zu Hause gehabt. Aber ich fand das schön, dass er sich Zeit lässt. Ich hatte auch, was du vorhin nochmal gesagt hast, wie zum Beispiel Jacke aufhängen, dieses Rauschen. Da hatte ich persönlich gar kein Problem mit, weil ich habe da einen anderen Fokus als du. Ich finde es gerade schön, diesen Charme, dieses Rauschen. Das ist wie mit den Schallplatten, dieses Charakteristische beim Alten. Einfach dieses Knistern. Und das hat irgendwie diese gewisse Stimmung, die es so reinbringt. Mein Gedanke an diesen Moment war dann auch in dieser Szene direkt, dieses, oh ist das schön. Jetzt auf der großen Leinwand einen schönen alten Schwarz-Weiß-Film sehen. Das wollte ich schon immer mal haben. Das fand ich so richtig, das fand ich richtig schön. Und nachher, so als es dann sich so ein Film entwickelt hat, mit der Show zum Beispiel im Blauen Engel, da habe ich auch so gesagt, Mensch, das ist ja auch simpel in die Show gemacht. Also wirklich so, die Mädels sitzen alle drumherum, dass die Bühne voll ist. Dann hast du einen im Fokus, der einfach nur singt. Einfach pompöse Kostüme, mehr ist der ja nicht gewesen. Du brauchst Zigaretten und Alkohol waren. Naja, gut, aber es ist ja nur dieses Kneipen-Feeling. Aber dann kommt ab und zu mal hier so ein durchgetrennter Pferd rein. Oder ein paar Mal Möwen aufgehängt, ganz simpel. Aber das reicht, und das reicht für die Stimmung. Und ich fand das total cool. Und dachte halt so, das ist ja irgendwie auch geil. Einfach dieses, einfach ganz simpel und schön. Und das ist einfach so, wie dieses Musical-Charakter. Wie viel Bock ich auch hätte, mal auf der Großleinwand ein richtig schönes Musical zu sehen. Auch ein älteres. Das war so mein Gedanke, auch in diesem Moment, in dem Knistern. Und was ich halt cool fand, war auch halt diese Schlüsselszene. Und ich bin auch gleich fertig. Diese Schlüsselszene, wie sie auf dem Fass ist und sich regelt und das Lied singt. Da habe ich so gedacht, ja genau, genau dieses Bild, die Fotografie von dieser Szene, die verbinde ich mit der blauen Engel. Nichts anderes. Das war so mein Gedanke. Da habe ich mich auch sehr gefreut, als das so im Entstehen war. Und ich muss auch sagen, schön, oder? Diese Erotik ist wirklich, also es knistert auf der Leinwand. Und ich denke so, ja, das geht auch zum Beispiel nur über das Zeitlassen. Weil es ist ja nur diese eine Einstellung. Und die Beine von Marlene Dietrich machen nichts, nichts Schnelles, nichts Obszönes so. Aber wie die sich so, naja, also ich mache ja einen Unterschied zwischen Obszön und erotisch. Also erotisch ist das der. Und sie weiß auch, was sie da tut. Und alle Männer gucken die ganze Zeit auf die Beine und nicht in ihr Gesicht. Aber ja, ist sie denn für euch eine femme fatale oder eine Vorläuferin der femme fatale? Also wir hatten ja über ihn gesprochen und seine Thematik. Wie kennt er sich denn im Gewerbe sozusagen aus oder in dem ganzen Ding? Und wie ist sie denn bei ihr? Ist sie eine, die halt, wenn sie dann sowas sagt wie, dass sich für mich einer prügelt, das hast du ja schon lange nicht gegeben. Und damit ist sie eben deswegen verfallen? Oder ist das eben auch ein bisschen kokettieren und damit spielen? Also wie ernst ist das für sie, dass sie seine Frau wird? Also darüber könnte ich zum Beispiel ganz gut sprechen. Ich habe gerade mich überlegt, kenne ich mich gerade gut genug aus, dass ich schon wüsste, was ist denn eigentlich die Idee der femme fatale? Also für mich ist das immer oft quasi auch die Antagonistin unseres Helden oder meistens Helden, meistens ein männlicher Held in dem Film, Noirfilm, der dann sozusagen tatsächlich Schwierigkeiten mit einer letztlich bös kalkulierenden Frau bekommt. Das wäre so für mich eine femme fatale. Aber ich finde, dass an Marlene Dietrich nichts böse kalkulierend ist, sondern die ist sozusagen sehr in der Gegenwart. Und in dieser Gegenwart nehme ich ihr auf jeden Fall die Zuneigung zu dem Professor Rath auch ab. Das bricht ihr dann auch mal kurz, wenn sie sozusagen ein schallendes Gelächter ausbricht, wenn sie den Heiratsantrag bekommt, bevor er sagt, das ist jetzt hier ernst. Aber selbst dann ist das so, wo ich sage, ja, also ich glaube, die bleibt immer trotzdem sie selbst. Und ja, wenn dann so ein Hans Albers mal so vorbeischniepelt, dann ist das so, dann ist sie auch mal schnell da. Und die sieht alles andere als glücklich aus, wie sich das dann von da ab weiterentwickelt. Also insofern kann, also wenn eine femme fatale tatsächlich die Antagonistin ist, dann würde ich sagen, nein. Ich muss die Frage trennen, jetzt für mich persönlich, weil ich habe erst mal gesagt, ob wir endlich mal einen Film mit Marlene Dietrich sehen. Das ist schon mal ganz cool. Und ich kenne halt so von den Bildern her. Und was ich mit Marlene Dietrich verbinde, sind glaube ich so die Produktionen oder so, die Bilder von fünf bis zehn Jahren später erst, wo sie dann sozusagen auch schon so gekünstelt ist und wo sie dann so dieses Diva-Image richtig erreicht hat, wo sie so gestriegelt ist und diesen strengen Blick und diese Eleganz, so kommt immer ausstrahlt. Und ich war halt so positiv überrascht bei dem Film, dass sie halt noch so natürlich wirkt. Also sie wirkt wirklich natürlich schön. Ich habe immer so für mich abgespeichert, mal Dietrich mit ihrer ernsten Art, die fand sich nicht schön, das fand ich schon so kalt, so abartig. Und das fand ich in dem Film nicht. Ich fand es warm, ich fand es herzlich, ich fand sie unglaublich sympathisch von der Art her. Ich fand sie so, ich sag mal frei schnauze, ich fand sie richtig natürlich. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich fand auch, da muss ich das sehe ich auch wie Christian, dass sie halt wirklich sich selber auch treu geblieben ist. Und sie war natürlich, dadurch, dass sie weiß, dass sie der Star der Show ist, natürlich mit ihren Jahren weiß sie auch, dass sie eine gewisse Wirkung auf Männer hat und das lebt sie halt auch aus. Aber sie vergisst halt auch nicht selber, ja, treu sich selbst gegenüber zu sein. Und sie ist halt was, wie sie ist, ganz keck und alles. Und sie spielt halt auch mal ein bisschen mit Männern und sagt dann halt auch so, ja, du bist ja süßer. Und es gibt auch Fehler dabei, aber ich fühle da ganz schön mit ihr so. Und bin auch nicht über alles glücklich, was sie macht. Nee, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, diese Hans-Albers-Sache, da habe ich auch so gedacht, am Anfang, sie macht es sich aus Trotz, weil der andere sich so gehen lässt. Einfach mal im Zimmer zu zeigen, jetzt mach doch mal was, sonst bin ich weg. Und als sie dann aber sieht, dass er das sieht, ist sie auch sehr, sehr unglücklich damit, weil man auch sieht, dass sie, also meiner Ansicht nach, ich habe das dann so interpretiert, dass sie dann doch mehr an der Beziehung hängt, als sie vielleicht zu erscheinen lässt. Wenn er sie dann küssen will, ne? Ja, das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Eigentlich hätte sie dann ein bisschen auch weggeschubst, hatte ich das Gefühl gehabt. Ich finde auch, der Blick wird auch dann, wenn es dann, also bis dahin flirten die ja auf jeden Fall, also es geht ja auch mit von ihr aus, ganz klar. Aber dieser Blick war für mich auch so sehr, oh, kriege ich jetzt nicht eingeordnet. Ich bin jetzt völlig verunsichert, was ich jetzt denken soll. Das macht total Sinn gerade, wie du es gerade sagst, dass das so eine Art so ihn aus der Reserve locken ist, so, ne? Also eine Provokation, also aber eigentlich eine, die schon noch zum Emil Janix hingerichtet ist, so, ne? Also vielleicht kommst du ja jetzt noch aus dir raus, so, und lässt sich nicht weitergehen, so, ne? Ja, das ist auch das, was sie sagt. Sie sagt, ich hab doch gar nichts gemacht. Also ich hab mir doch nichts vorzuwerfen. Und sie macht ja immer so diese offensichtlichen Sachen direkt vor ihm, jetzt im Schlafzimmer. Ja, ich find's ein bisschen so ganz einfach, find ich's aber nicht. Weil wenn sie Hans Albers das erste Mal sieht, ist Emil Janix bei der Szene nicht dabei. Wenn sie da gerade ankommen mit ihrer Truppe. Ja gut, aber das ist ja nur das klassische Diva-Flirt. Und dieses Motto, ja, guck mal hier, himmel mich an, ich bin da. Also das ist ja nun auch... Naja, es könnte auch sein, dass Marlene Dietrichs Figur, die Lola Lola, da vielleicht auch noch ein paar Bedürfnisse hat, die der alte Professor Rath jetzt nicht befriedigen kann, oder? Das Problem an Professor Rath ist ja tatsächlich, man konnte ja das Geschichte auch hier, der unaufhaltsame Fall des Professor Emanuel Rath nennen. Also ich hatte ja, ich wusste ja, wie er am Anfang nicht vor die Reise hingeht. Und dachte so am Anfang, er ist jetzt, naja, einsam, jetzt findet er seinen Weg zum Glück. Und dass auf einmal der Weg sich so Tragödie so extrem andeutet, das kam dann doch für mich überraschend. Das ist auch ein Tempo weg. Also ich wusste nachher auch nicht mehr, wo geht der Film jetzt hin? Auf einmal, oh Gott, wo geht der denn jetzt hin? Dass er wirklich so... Naja, also mein erster Gedanke war jetzt auch, mein Gott, wie angesehen damals Lehrer waren, also auch Professoren waren, was die auch, ich sag jetzt mal, was die für eine Achtung auch in der Gesellschaft entgegengebracht haben, ne? Mein Lehrer ist ja... Gingen sie die entgegengebracht? Woran machst du das fest? Im Film jetzt? Ich finde ja auch generell, also ich finde schon, dass der Studienrat oder allgemein hier zu Lehrern, also Professoren im Gymnasien damals anders gewert wurden in der Gesellschaft als heute. Das macht den Lehrerjob jetzt nicht schlechter und um Gottes Willen auch nicht leichter. Ich finde nur, dass es aus meiner Ansicht nach ein starker Wandel in der Gesellschaft verzogen hat, was die Wertschätzung angeht. Ich finde zum Beispiel, wenn er dann eben auf die Loge gebracht wird, dann hier, ja, unser Ehrengast, der Professor, und dann kommt eben dieser Kommentar aus dem Blüten, na, wenn schon, und dann lachen alle. Also das wäre für mich so eine Sache, ja, die Anerkennung... Ja gut, aber das ist ja auch die Umgebung selbst in diesem Interpolismus. Ja, aber das ist auch Teil der Gesellschaft. Also ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, aber ich finde, dass der Film das trotzdem nicht unbedingt so zeigt, dass das vielleicht auch eher das ist, was er sich, ja, was sich das wünscht, weiß ich nicht, oder dass er das so auch denkt zu einem gewissen Grad, aber dass es eben tatsächlich eigentlich gar nicht unbedingt so ist. Na, ich finde es schon, dass er dargestellt wird als ehrenhafte intellektuelle Persönlichkeit, der Respekt in der Gesellschaft entgegengebracht wird und die halt auch ein gewisses Stränge hat. Und ich finde halt, das ist ja gerade das, wo der Film meiner Ansicht nach ansetzt, dass es halt ins Wanken gerät, weil er sich ja mal in Anführungsstrichen mit einem leichten Mädchen dann abgeht. Und das jetzt von seiner Umgebung, von seinen Kollegen, vom Direktor selbst angeachtet wird, dass ja auch gesagt wird, naja, wenn sie sich jetzt mit dem Rotlichtmilieu abgeben, mal plump gesagt, dann können sie jetzt aber auch nicht mehr hier sozusagen als Vorbildfunktion dienen. Und das ist ja sozusagen der Anfang vom Ende, weil er das ja in seiner Verliebtheit nicht sieht. Und das ist ja halt das Problem, dass sich im Film meiner Ansicht nach diese extreme Entwicklung auch darstellt. Es ist ja nicht so, dass er nicht mehr in so einem Beruf tätig sein kann, dass er halt aus seiner Routine komplett rausgerissen wird. Es ist ja auch so, dass er nicht mehr für seine Frau entstehen kann. Sie nährt ihn ja die ganze Zeit und darunter leidet. Er entwickelt sich ja förmlich zum Penner. Er hat ja nun gar kein, ja, alles, was ihm vorausgemacht hat, hat er verloren. Und sein Stolz im Schluss, und das Einzige, was er noch hatte, war sein Stolz, und er war auf dem Schluss weg. Wenn er nicht sogar schon weggegangen ist, als er die Postkarten verkauft hat. Aber jetzt höre ich jetzt Unsinn. Ich finde, wir werden Zeuge einer ziemlich krassen Entwurzelung, wenn wir einfach jetzt vorhin auch so beschrieben haben, für den Professorat ist sozusagen, Lebensmittelpunkt ist Arbeit. Und das ist nun mal die des Lehrers dort. Also die hat auch einen Ort, und den füllt er sozusagen, so wie er nun mal ist, so aus. Und wenn ihr dann an das Schlussbild denkt, dann fragt euch noch mal was, den sich da so an diesem Pult festkrallen lässt. Dann ahnt man noch mal so genau, welche Wurzeln ihm da eigentlich weggerissen worden sind und warum von da an dann auch nichts mehr gehen konnte, warum das dann ein einziger Abgrund gewesen ist. Ich habe jetzt aber noch mal so überlegt, Kalli, wegen so dem Bild von Schule. Also ich sehe natürlich, ich gucke, ich versuche gerade so das schön festzumachen an dem, was ich so sehe. Und ich sehe natürlich einen eher unsympathischen Lehrer, also der sozusagen nicht zu den Schülern hingewandt ist, sondern mit starker Autorität dort unterwegs ist. Nicht umsonst sozusagen der Schülerangst, der Angst, auch offensichtlich der Ängstliche von allen, sozusagen auch sein, also den nutzt der auch so. Also genau, der muss dann quasi auch so die Dinge so tun und der muss dann auch antanzen und so. Ich finde das super unangenehm, wenn er den nach Hause nimmt und sich den so ganz dicht ransetzt so. Und das Interessante ist ja, dass, was ich dann aber auch sehe, sind ja auch Schüler, wenn dann Professor Rath nicht da ist, die Autorität ja total in Frage stellen. Der Professor Unrath und so. Also die sozusagen, die sind eh schon skeptisch. Also die wertschätzen den nicht. Die gehorchen ihm, aber die wertschätzen ihn nicht. So ist mein Empfinden. So empfinde ich diese Szene. Die horchen alle sofort, wenn er reinkommt, dann sitzen ja alle brav da, aber trotzdem, sie gucken, sie suchen sich ihre kleinen Ventile. Und das passt natürlich, wenn sozusagen der, der sozusagen immer so, also so ein bisschen ist das ja auch die Demaskierung des Heuchlers so. Also quasi den Schülern irgendwie etwas verbieten wollen, was ihnen auch sofort reizt. Also ich meine, wir sehen ja jetzt auch nicht die Schüler, die an der Unterwäsche von Marlene Dietrich schnüffeln, sondern ich sehe da junge Männer, die die Anwesenheit dieser wunderschönen zugewandten Frau so genießen. Die stehen da rauchend daneben, sprechen ein bisschen Englisch, werden davon von ihr auch ein bisschen zurückgepfiffen und so. Ich finde, das ist ja so, ach Gott, was Besseres kann den Jungs gar nicht passieren, als dass sie quasi einer offenen Frau, die wahrscheinlich, also ich stelle mir auch immer vor, was in den Dachen, in den Momenten passiert, wo der Film das nicht zeigen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass die von Marlene Dietrich keine körperlichen Dienste erhalten, aber dass die den mal so aus dem Nähkästchen plaudert, wo eine Frau gerne berührt werden möchte oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da in so einer Welt sind. Ich glaube, das ist auch eine Alterssache. Ich glaube, es ist jetzt auch so, als Gymnasium, lass das dann mal 10., 11., 12. Klasse da sein, in denen die Jungs sind. Die wirken ja schon unglaublich alt. Ich kann das ganz schwer einschätzen. Ja, die sind, glaube ich, 25 und sollen eben so 16 sein. Naja, aber ich kann das ganz schwer einschätzen. Das ist ja auch eine andere Zeit. Auf jeden Fall ist das rechtzreife Jungs, sind das so. Aber trotzdem, das ist halt so. Dem behauptet wird, dass das jetzt nicht gut wäre, das zu machen. Also es wäre jetzt wichtiger zu lernen, als seinen Gefühlen nachzugehen, was schon immer eine Quatschidee war der Menschen. Aber es ist doch jetzt auch ein Internat, ne? Habe ich das falsch verstanden? Gymnasium. Kann ich nicht erkennen. Weiß ich nicht. Ich habe das jetzt festgemacht, wie wenn der Ernst hier von den anderen Jungs in seinem Bettchen überfallen wird, hier in Gemeinschaft unterkommt. Ja, gut, dass du das sagst. Das stimmt. Deswegen habe ich so gedacht, das ist bestimmt ein Internat. Das heißt, er hat auch diese Auf... Ich sage mal diese Auf... Naja, dieses Auf... Na? Aufsichtspflicht. Achso. Wenn er jetzt sozusagen wirklich nur diesen klassischen Lehramtsjob im Gymnasium hätte, also nicht mit Internatsverknüpfung, dann müsste er doch abends auch nicht losrennen. Das ist doch jetzt nicht wie in der Feuerzangenwohle, dass dann sozusagen am Nachmittag seine Geschichte endet und er hat sein Leben. Es ist ja dann wirklich auch so, dass er genau da untergebracht hat, wo er ist. Deswegen ist er ja auch Punkt 9, dann geht er unter das Unterricht los und er geht dann halt zwei Minuten vorher los. Das ist im gleichen Gebäude. Ah, du wirst recht haben. Das fällt mir plausibel. Das ist alles ein komplexes Ding. Das heißt, wenn er den Job verliert, verliert er auch seine Unterkunft. Deswegen haut er alles weg. Also habe ich das jetzt verstanden. Ich meine, ich vergleiche das ja nun auch mit älteren Filmen, wo dieses Schulbild dargestellt wird. Das Erste, was mir halt einfällt, ist dann die Vorherzangenwohle, wo halt Streiche gespielt werden oder halt dann nachher in der BRD hier die ganzen Penne-Filme, wo auch dann halt immer den Lehrern sozusagen Pauka-Filme. Das war auch die ganzen Leute, wo auch alles stramm stehen, aber wenn der Lehrer raus ist, ha, 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 das ist doch das gleiche Motiv letztlich. Damit ist die Entwurzelung ja noch viel krasser. Das heißt, damit war klar, dass wenn er von der Schule fliegt, hat er auch sein Zuhause verloren. Das wird mir jetzt gerade erst klar. Und dann macht das noch viel mehr Sinn, dass er mit denen unterwegs ist. Es gibt so einen Moment, wo ich das kurz nicht verstehe, warum der jetzt mit denen auf Tour ist. Also mit der, wie nennen die sich denn? Die Künstler. Die Truppe, ja. Genau, die Kultur, Kunst- und Kulturtruppe. Das ist so kurz so, das ist ja eigentlich quasi ein Haufen Ausgesetzter so. Also die quasi nirgendwo anders reinpassen. Die sind dann einfach immer so lang, reisen einfach immer von Stadt zu Stadt. Das stimmt. Also ich meine, dann ist es ja noch heftiger. Also ich stelle mal, also das war ja wirklich, das war der zentrale Lebensort. Und der ist ihnen sozusagen mit seiner offenen Entscheidung sozusagen, diese Frau, die liebe ich. Und dann mache ich es auch richtig so. Also quasi, wie der Direktor so andeutet, so naja, also mal da so hingehen, da können wir doch drüber hinweg gucken. So nein, ich heirate die. Und dann ist quasi alles vorbei. Also in dem Moment, wo es quasi für mich, in meinem Ansehen steigt, so dazu zu stehen, zu dieser Frau, lässt sie in meinem Ansehen steigen und in dem Gesellschaftsbild der Schule dort, das war's. Naja, du kannst ja nicht ein leichtes Mädchen ins Internat holen. Also das ist es halt. Und das ist jetzt übrigens der Teil, wo ich so das Gefühl habe, dass auch da der Film durchaus bewusst, also jetzt sogar, vielleicht sogar noch viel deutlicher, auch eine Kritik da sichtbar wird. Also weil ich nicht gut finde, wie die Kollegen da mit ihm umgehen. Ich finde das auch wirklich eine krasse Szene, wenn schon Tumulte im Klassenraum sind und draußen sich so die ganzen Lehrer so sammeln so. Ne, aber keiner, also wo auch irgendwie so, also ich, wenn da der Direktor reinkommt, verstehe ich, was das da vorher war. Nämlich ein, ne, ich mach's nicht, du mach's auch, ne, ne, ich weiß auch nicht, was los ist. Aber so geht's ja nicht. Ne, 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 ne. Und also der Direktor kann dann wahrscheinlich auch gar nicht anders handeln, als wenn das passiert ist. Na, dann fliegt er natürlich. Also, weil der Direktor muss ja genauso viel Autorität auf seine Mitarbeiter ausüben, wie die Lehrer wiederum auf die Schüler. Und das ist ja so eine, also das ist, ich finde das auch wirklich wichtig. Ich hoffe, das klingt nicht so sehr herbeigezogen, sondern ich sehe da schon auch wirklich immer die Vorboten eines Deutschlands, das sozusagen dann auch schon bereit war für den Nationalsozialismus. Das war dann auch, weil das ist schon eine Welt, in der das sozusagen mit Verantwortung, die weitergereicht worden ist, die sozusagen sich darauf stütze, dass am Ende ist ja wohl bitte einer mit ganz größtmöglicher Autorität dann eben die unangenehmen Entscheidungen auch für einen fällt. Dann muss man, alle tragen die mit, aber man muss nicht selber der Doofe sein. Also das ist so eine, da ist schon so eine Stimmung drin. Vor allem halt, warum denn das nicht geht, wenn also, wenn der jetzt gesagt hätte, ich möchte jetzt regelmäßig zu einer Prostituierten gehen, wo meine Schüler auch mal abhängen oder so. Nein, er möchte diese Frau auch heiraten. Also er hatte nur Gutes im Sinn so, aber unmöglich. Also und so reagieren ja die Schüler auch schon so, weil für sie ist das natürlich ein Widerspruch. Vorher hat er immer gesagt, wir sollen da nicht hingehen und es ist hinterhergegangen so. Jetzt hat er die ja auch noch irgendwie, jetzt hat er die offenbar auch noch, war zur Nacht bei ihr. Also das geht dann auch nicht. Die brauchen ja eigentlich was anderes, also haben sie gedacht. Also jedenfalls meine ich damit, dass ich hier in dem Film eine Gesellschaft beschrieben sehe, die das nicht gut aushalten kann, wenn sozusagen Leute für sich so individuelle Entscheidungen treffen, die nicht die gleichen sind, wie andere sie treffen. Also es geht eher um ein Gleichmachen als ein Individuellmachen. Also und daran zerbricht er dann. Und das ist eigentlich das wirklich eine echt schockierende Szene, wenn der Film dann so aufdreht durch immer mehr einzelne, Episoden immer schneller erzählen. Wenn wir vorher noch sehr lange in einzelnen Sequenzen sind, ist ja das letzte Drittel eine Aneinanderreihung von Episoden. Eigentlich mit diesem Kalenderblatt runterzupfen wird es richtig schnell eigentlich. Dann kommt immer mehr Szenen. Dann kommt dieser Jahressprung von 25 auf 29 und dann ist er eben plötzlich schon der Clown. Ja und dann habe ich mir das Gefühl, dann springt es trotzdem immer noch schnell mal über größere Zeiträume und dann ist das schon sehr schnell in dieser wirklich sehr, sehr schrecklichen Szene, wenn er da auf die Bühne gezerrt wird. Die Masse will dann einfach nur noch mal den vorgeführt. Die brauchen jetzt quasi auch ihren Idioten so. War ja auch da ja, seine ehemaligen Kollegen, die dann immer so, oh das geht ja nicht und was soll das so ungefähr? Die noch so protestieren. Aber hingehen, um da den dann abzufeiern. Das meine ich mir so mit, was ist das für eine Gesellschaft, die wir da so miterleben, die so ist so. Die Schaulustigen heutzutage, habe ich gesagt, hier bei den Unfällen, die jetzt auch die Behinderung darstellen, auch bei den Kriminalfällen, das ist doch nicht das andere, das gleiche Prinzip letztlich. Du, deswegen gucke ich so gerne alte Filme, weil ich ständig bemerke, ist gar nicht so anders. Sieht ein bisschen anders aus, aber ist eigentlich ganz schön gleich. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe am Ende so gedacht, Mensch, das sieht man jetzt das erste Mal mit dem Clown, dann denkt man auch gleich, muss man erstmal ganz schwer schlucken, weil er ist wirklich Travödie eröffnet, da weißt du schon, wo es hingeht. Und dann habe ich so gedacht, ja was macht denn der eigentlich auf der Bühne? Der ist doch schon so deprimiert und verbittert. Wie kann denn der jetzt als Clown jemand zum Lachen bringen? Steht der auch in den Stuhl schweigend so wie der andere einfach mal rum durch die Massen? Aber was macht der eigentlich? Ich finde es ja auch so geil, wie wir ja das, bis zum Schluss bleibt es quasi das Geheimnis, was nun genau seine Rolle ist. Und dann kriegen wir aber durch den Chef ja immer so angepriesen, ja du bist der Nummer eins Attraktion mittlerweile, du machst das so gut und du bringst die Leute eben die Massen zum Brüllen so ungefähr. Und so eine Erwartungshaltung für uns ja auch als Zuschauer dadurch aufgebaut wird und dann kommt eben dieser Auftritt und man denkt, oh ja, den hat er a schön natürlich Honig ums Maul geschmiert, aber das ist ja wirklich, oh mein Gott. Ja, der tiefe Fall. Aber das ist das, was ich vorhin meinte, mit diesem respektablen, gebildeten Lehrer, der sozusagen die nächste Generation sozusagen unterrichtet und dem was beibringt und dann zu dem nächsten zum Clown der Kiriki schreit. Also das, wo du eigentlich gar keine Bildung brauchst, wo du einfach nur, ich sag jetzt mal, nach dem zu Hause wegrennen kannst, beim Zirkus anheuern und dann kommst du auch in diese Schiene irgendwie rein. Alles leer. Naja, aber das ist halt so, das ist halt auch ein Sinnbild für mich dann für die Gesellschaft, das ist dieses, ja, das ist halt, das ist was ich meinte vorhin. Vielleicht habe ich mich hier noch nicht richtig ausgedrückt, aber das ist halt dieses, dass der Intellektuelle einfach zum Sturz gebracht wird, dass er sich selber zum Sturz bringt durch die Liebe. Und das ist halt für mich die Frage, Kont ist denn, Ist das natürlich die Liebe oder ist das wie die Gesellschaft, die umge... Also wie die Gesellschaft, die in... Also wie heißt denn das? Nicht Gesellschaft, Community auf Deutsch, was ist denn das? Gemeinschaft. Ja, also genau, die Gemeinschaft, in der der lebt. Die, wie die auf seine Liebe guckt. Das Milieu. Seine Liebe ist doch völlig okay. Naja, ich glaube, es geht ja um die gesellschaftlichen Sachen, wie die gesellschaftlichen Einstufungen. Ich glaube, es ist einfach die Tatsache, dass er aus dem Bauch heraus handelt. Ich glaube, in der Gesellschaft ist es normal so, dass alle sozusagen mit Kopf handeln und egal wie statisch das ist... Er wird dafür verstoßen, dass er so handelt, ja. Ja, durch die Bauchentmeidung. Aber ich habe das Gefühl, weil er verstoßen wird, passiert alles andere. Also, weißt du, wenn er nicht seinen Lebensmittelpunkt verloren hätte, dann hätte er ihn doch nicht an einem Ort suchen müssen, wo es keinen gibt. Bei dieser verlorenen Truppe, da gibt es keinen Lebensmittelpunkt mehr zu finden. Da gibt es nur die nächste Show. Und die Show wird immer absurder und extremer. Also ich... Was mich ja wundert, ist ja tatsächlich, na gut, die sind ja immer auf Tour, da kannst du ja auch nicht selbsthaft werden. Wechsel, wechsel, wechsel. Aber theoretisch, wenn er sozusagen eh den Heimatschaft verlassen hat, hätte er nicht irgendwie versuchen können, woanders anzuheuern? Nein, er ist an seine Frau gewunden. Und das ist ja die Szene, wenn er sagt, ich halte es nicht mehr aus, wie ein Hund immer herzudenken. Ich gehe ja jetzt. Dann geht er und sie guckt halt und weiß schon, und sie und wir wissen, er kommt halt wieder. Und was macht er am Ende der Szene? Er kniet vor ihr nieder und zieht ihr die Strümpfe an. Das ist es. Er kann da nicht weggehen. Aber das ist ja nun mal auch so, das ist halt schwierig, auch unter den Hund zu kriegen. Die sind ja wie ein Wanderzirkus, die halt immer permanent durch die Welt touren. Was willst du denn da machen? Nee, weil du eben sagst, das kann er denn weggehen. Also auf gar keinen Fall. Die Frage ist ja für mich, hat er nicht so lieber überhaupt eine Chance gehabt von Anfang an eigentlich? Das ist eine gute Sache. Also man kann zum Beispiel auch, weil ich ja mal mit dieser Femme-Vertal-Frage so in diese Richtung gehen wollte, ist zum Beispiel, wenn sie sagt, sie ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ist das eigentlich vielleicht auch irgendwie eine Art Warnung, weil sie weiß ja, wo er jetzt hineingerät, in welche Welt. Vielleicht zeigt es aber auch, dass sie eine ewige Romantikerin ist, die vielleicht hofft, dass eines Tages der Richtige sie rauszieht. Ja, ja, genau, also ich finde, das ist eine sehr, sehr, keine eindeutige Sache. Also man kann da sehr viel so einlesen. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt und dann kommt eben diese Zeile, wenn die Männer umschwirren mich und verbrennen sich wie Motten am Licht und dafür kann ich ja nichts, denn ich bin einfach nur Liebe. Also das ist quasi nicht meine Schuld, das seid ihr selbst Männer. Da müsst ihr schon auf euch aufpassen. Deswegen als so kleiner Zeigefinger, also sie sagt ja auch immer wieder, oder wenn sie ihn dann eben auslacht, wenn er ihr den Antrag macht. Ja, weil sie ihn ja aber als völlig außerhalb der... Sie sind halt ihn ja für süß. Ja, das mag ich ihm damit so. Also inwiefern hätte sie dann auch mal sagen, können, müssen, sollen, ist ja alles schön, aber nee, heiraten, komm, bleib mal bei deinem Job, ich mach meinen, so irgendwie sowas. Ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass sie halt, weil die auch groß in der Gesellschaft diese Professor sozusagen so hochloben, dass sie auch wegen, weil damit sie halt einen respektablen Mann heiratet, eine Professorsfrau ist, dass sie dann auch in der Gesellschaft aufsteigen kann. Was mich halt auch wundert ist ja, dass das Showbiz ist ja sehr vergänglich, auch was die Schönheit und alles angeht. Und ich hatte das Gefühl gehabt, nee Mensch, noch fünf Jahre, wie geht ihr das denn denn? Und auf einmal ist sie dann sozusagen von der hübschen jungen Frau, die angebildet wird, auf einmal zu respektablen Diva geworden. Also ich finde, auch in der letzten Szene, wo sie so einsam auf der Bühne sitzt und dann halt das Lied schmettert, das wirkt schon deutlich selbstbewusster und energischer als vorher. Also ich finde, das hat schon viel mehr Selbstbewusstsein als am Anfang, obwohl sie ja von Anfang an selbstbewusst wirkt. Das ist vielleicht auch das falsche Wort wieder mal. Ja, sie wirkt auf jeden Fall verändert. Also zum Beispiel hat sie, wenn sie das Lied das erste Mal singt, da hat sie glaube ich diesen weißen Zylinder noch auf und dann am Schluss ist sie ja fast komplett schwarz, meine ich. Ja, dann hat sie auch lange bekleidet. Beim anderen hat sie ja noch das kleine Typü an. Ich meine, sie sitzt glaube ich mit so breitbeinig da mit dem umgedrehten Stuhl. Aber also auf jeden Fall und dann kommt dieses, da kommt nicht mehr und sonst gar nichts, sondern gar nichts. Also richtig schon so zack hier. Also als ob sich da eben ja auch bei ihr irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendeine Illusion zerschellt ist. Ich finde diesen Punkt interessant, wenn du sagst sozusagen, dass sie sich ja vielleicht auch irgendwie mehr erhofft vom Leben als eben ständig. Jetzt kommt hier der alte dicke Kapitän und will mit mir die Nacht verbringen und ich bin Künstlerin. Also vielleicht ist ja auch sie tatsächlich mal hofft, mehr zu machen als eben immer durch die Leibenzureisen und so. Dass er mal gut entdeckt wird, dass er da rausgerissen wird. Das ist doch, das ist doch, der Künstler hat doch zwei Motivationen. Um einen, die Hauptfunktion ist seine Kunst zu leben und sich damit identifizieren zu können. Das Zweite ist natürlich der Traum, dass man halt auch die Publik machen kann, wenn ein großes Publikum. Ich meine, das ist ja die andere, die ältere, die Frau vom Chef ist ja da auch eine fesche Maus. Ein schönes Spiegelbild da auch noch. Oder so ein Rausblick, so könnte es mal sein. Dann hängst du eben bis zu alt und nicht mehr deine Superschönheit hast da mit drin. Und dann, ja, das war dann deine Karriere. Aber diese Vorwürfe, die sie zum Beispiel ihrem Zaubermann da macht, die ganze Zeit, warum habe ich dich geheiratet und du bist unglücklich und jetzt siehst du mich mit. Das ist ja eigentlich das, was die in den letzten 20 Jahren da mitgemacht haben und 30 Jahren mitgemacht haben. Das beschreibt ja wunderbar die fünfjährige Ehe vor den anderen beiden. Das ist ja genau das. Das ist ja eigentlich nur nochmal für alle, die das nicht mitgekriegt haben, so Ding geht es jetzt auch, nur im Schnelldurchlauf. Jetzt habt ihr Pech gehabt und ich habe das Gefühl gehabt nachher zum Ende, dass die, dass sie Lola, ihr war die Ehe schon wichtig und sie war auch stolz darauf und irgendwann haben sie einfach die Verbindung zueinander verloren und das ist einfach, dass sie vielleicht jetzt denkt, ich versuche es noch ein letztes Mal, das in aufzurappeln und wenn das nicht klappt, dann ziehe ich halt weiter. Dann muss ich halt mich damit abfinden, dass es nichts wird und ich glaube, er ist einfach zu müde zum Kämpfen. Er möchte einfach, dass es funktioniert, weil die Ehe ist ja das Einzige, worüber er sich noch definieren kann und wenn er jetzt merkt, dass ihn das auch noch reingleitet, dann hat er ja wirklich nichts mehr und das ist ja auch das, warum er dann zum Schluss der Schule. Also genau, davor noch dieser Ausflipper, das ist auch echt, es geht echt in die Nieren. Es hat auch keiner unfreiwillig gelacht. Das ist so real in dem Moment, weil die Verzweiflung ist so klar, darauf ist alles hinausgekommen. Das hat stark gespielt. Also ich muss jetzt einfach nochmal ganz konkret sagen, also wenn er dann auf der Bühne steht und dann nach fünfmal anschreien endlich sein Kikeriki macht, das hat mir total den Magen zusammengezogen. Ja, das ist auch. Also bei der ersten Zeit bei der Sichtung, bei der Sichtung zu Hause hatte ich das nicht und auch beim Tag davor habe ich so, hatte ich nicht komplett mitgeguckt, aber so und jetzt eben, ja sozusagen komplett gesehen nochmal, dann hast du richtig, durch die große Leinwand eben. Und weil ein ganzer Saal den Atem angehalten hat. Das war wirklich so. Also das hat auch den 14-Jährigen genauso gerade mitgenommen. Und ja, auch auf jeden Fall, also eine weitere von diesen Überraschungen, die, wenn man so schön ahnungslos in diesen Film geht, wie wir Karl und ich das auf jeden Fall gemacht haben, dann, genau, das ist der Punkt, wo ich auch nicht mehr weiß, wie, oh Gott, wo geht denn die Reise noch hin? Also ich zum Beispiel habe in dem Moment wirklich gedacht, der tötet jetzt jemanden, entweder sie oder ihn. Also da war ich, also das war, so krass war das in dem Moment. Und dann dachte ich schon, oh nein, dieser Film wird mich jetzt quälen, wie der doch irgendwie in die Psychiatrie kommt oder irgend sowas. Und den dann tot zusammengesunken und festgekrallt an seinem Lehrerpult zu sehen. Das fand ich stark. Das fand ich ein ganz starkes Ziel. Also wirklich, das ist so, warum haben wir, warum wurde der da bloß weggerissen? Warum wurde ihm das angetan? Also nimm doch den Menschen nicht das, was sozusagen, also ja, also was Besseres als Wurzeln fällt mir nicht ein. Das ist der Quell des Lebens. Also von da, hier bin ich, hier habe ich einen Halt, hier habe ich, hier kann ich Energie ziehen, hier kann ich wirken und sein. Und das hat man ihm einfach weggenommen. Ich fand das auch so stark. Also ich finde so rückblickend so, ich finde das ist auch das perfekte und konsequenteste Ende, was es für mich geben können. Aber in der Situation selbst habe ich überhaupt nicht, da wäre ich nie darauf gekommen, dass er in die Richtung geht. Ich habe auch so überlegt, was macht er jetzt? Erst am Anfang, habe ich gedacht, als er dann so diesen Anfall hatte, dass er dann halt die Umkleidekabine gekrennt, dass er sie entweder erwirkt oder den anderen erschlägt. Und dann war nachher, als er in der Zwangsjagke war, den rausgeschlichen ist, da habe ich so gedacht, nee, der ist so fertig, der verlässt sie nicht, der fängt jetzt kein neues Leben an. Ich habe da immer gedacht, wenn sie jetzt singt, dass sie am Ende, wenn das letzte Wort gefällt, dass er sie erschießt von hinten oder so, dass irgendwie sowas kommt, sich dann selber erschießt. Das ist wirklich eine absolute Tragödie auf die Spitze getrieben wird. Das war so mein Gedanke, dass er dann zur Schule geht. Am Anfang habe ich auch gar nicht verstanden, wo er hingeht. Da habe ich dann gedacht, ah, er ist jetzt zu Hause. Ach, die ist in der Schule. Ja, ja, gut, das ist ja eins. Es ist auch stark, wie wir das dann mit dem anderen zusammen entdecken. Also wir sehen erst noch, wie er da hinläuft und zu seinem Raum und dann kommt aber wieder der Nachtwächter oder so und wir folgen mit ihm und entdecken das mit ihm dann zusammen. Ja, also was da inszenatorisch in den letzten Minuten abgeht, das ist echt beeindruckend. Ich finde es auch stark, wie er sich dann nochmal so quasi seinen alten Mantel umwirft, der aber, oder ich weiß nicht, ob es sein Mantel ist, aber einfach den Mantel umwirft, der ihm total zerlottert und das ist ihm auch nochmal alles so und wie er sich an der Wand immer so total dran hält, und sieht mich jemand und auch da nochmal diese Blicke, wenn er die Zwangsjacke abgenommen bekommt und dann die Tür geht auf und der Chef kommt rein und der guckt so. Ja, am Anfang geht wirklich diese schöne, ausgewählte Kleidung, dieser schöne Zylinder, dieser glänzende Samtzylinder, alles perfekt, dann alles rasiert, dann alles perfekt frisiert und zum Schluss wirklich, das war auch mein Gedanke, als er dann die Zwangsjacke abnimmt, dieses zerlotterte Ding, dann diese, was ist denn das für eine Hutart überhaupt, dieses total verbeulte Pennerhut, da wäre doch gefehlt, dass da ein Flickenloch drin ist, irgendwie, dann halt unrasiert, die Haare komisch, dann halt diese ganzen dunklen Flecken, als wenn er russend im Gesicht wäre, dann diese tiefen Augenringe, diese geschwollenen Augen, also eigentlich, ach, schlimm, da hätte er jetzt kurz die Finger in die Kamera gehalten, dann wäre alles schwer schwarz gewesen, wäre ich jetzt echt überrascht gewesen, also das war das Gegenteil von gepflegt, und das ist ja das, was sie noch zu ihm gesagt hatte, irgendwie in der Abblende fünf Jahre vorher oder so, wo sie meinte, jetzt rasier dich doch mal, das macht doch mal, und das ist ja nochmal weitergedacht, ne? Also von wann ist der Film jetzt genau gewesen? 1930. Also November 29 bis Januar 30. Ich war jetzt unsicher, ob das jetzt auch mit dem Film sozusagen ein Echtzeitspiel mit 25, deswegen wollte ich mal wissen, das ist ja stark, sehr, sehr stark. Also wie gesagt, auch eben Schauspieler, riesen Leistung, hatte Marlene Dietrich vorher auch schon Filme gedreht, die so ein bisschen für das breitere Publikum bekannt waren? Ich habe es so ziemlich verstanden, dass sie unter anderem mit Hans Albers von der Berliner Bühne quasi verpflichtet worden ist. Also vorher eigentlich nicht. Das ist ja das klasse Ding, ne? Ich meine, die ist doch auch jetzt 21 oder so, ne? Die war Blutjungen da noch. Ja, ich finde das auch krass. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist ja immer so mein Schwachpunkt. Ich bin ja eigentlich ein... Dass du nicht weißt, wie es uns geht? Ja, auch. Aber dafür habe ich ja euch, dass sie mir das sagen können. Ja, geben uns Mühe. Manchmal können wir das. Man muss ja immer nur für mich sagen, habe ich mitnehmen. Ja, ich habe immer Probleme mit deutschem Film, weil ich viele ganz oft nicht verstehe, was sie sagen. Also ich meine jetzt nicht, dass ich das intelektuell nicht verstehe, sondern dass ich aus der kurzen steilweise Wörter bei mir komplett verschwinden. Das habe ich auch ganz stark bei Filmen aus der Gegenwart. Ich habe das bei deutschen Filmen sehr, sehr häufig. Gerade weil die ganz oft diesem Theater-Intonationen sprechen, was ich mal sehr weltfremd finde. In dem Film fand ich das tatsächlich nicht so. Ich fand, die waren sehr natürlich geredet. Ich hatte aber das Gefühl gehabt, gerade wenn so die Massenaufläufe in der Umkleidekabine waren, dass mir da einige Witze oder lustige Sprüche in Gang sind, weil ich jemanden akustisch da irgendwie nicht verstanden habe, was die gesagt haben. Würde ich in dem Fall aber eben der Abmischung, beziehungsweise also auch der Restaurierung zuschreiben, die das nicht mehr besser hinbekommen hat. Also ich glaube, ich bin der Meinung, bei dem Ton super Experten mit genug Zeit und der entsprechenden finanziellen Unterstützung könnten da noch wesentlich mehr rausholen. Ich habe auch gerade bei den... Das ist auch ein Fehler von mir selbst, weil ich das Problem auch ganz oft bei deutschen Filmen habe. Ich habe auch so den Eindruck, bei den Liedern ist das teilweise so, wo ich am liebsten eigentlich immer nochmal am Lautstärkeregler gestanden hätte, um einfach so, oh jetzt für das Lied müssen wir nochmal ein bisschen runter, weil es auch so, da ist einfach zu viel drauf gerade oder so. Also ich bin der Meinung, das liegt quasi an, nicht daran, wie es gedreht worden ist, sondern wie das Material, was dann noch vorlag, bearbeitet worden ist, um es wieder für uns hier aufzubereiten und dass da quasi Luft nach oben ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die eben nicht besser konnten oder ob einfach die Mittel, keine weiteren Mittel zur Verfügung stehen, wovon ich eher ausgehe, dass man gesagt hat, so wie es dann eben im Absprang steht, Digitalisierung gefördert durch aufgrund eines Beschlusses. Wir mussten aus Versehen, mussten das Ding auch noch digitalisieren. Ja, Schande. Aber restaurieren... Achso, eine Frage, auch wenn die jetzt komplett aus dem Thema aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber ich muss die mal stellen. Der Primus, der Ernst Angst... Angst. Der hieß Angst? Hieß der nicht Ernst? Angst. Also vielleicht hieß er Ernst mit Vornamen, aber... Wer im Bett überfallen wird, das ist Angst. Ernst Angst. Er ist auch im Vorspann. Ja, ja, ja. Den lachen mich tot. Im Vorspann steht Angst und der Anuschila Erztum und... Naja, nichtsdestotrotz, der wirklich der einzige Loyale ist, auch wenn es aus Angst passiert, der loyale Lehrerliebding, wieso hat er den so auf den Kielgegen? Wieso denkt er... In ihn setzt er die größte Hoffnung, glaube ich. Und ist deswegen natürlich noch viel... Aber strengst du es für ihn? Ja, genau, weil er hofft, das wird der... Der wird mir mal in meine Fußstapfen folgen, die anderen, naja, denen zeige ich, wie es läuft, aber die werden halt elende Buben. Ich hatte da tatsächlich Probleme mit, weil ich so dachte, Mensch, bist du so weltfremd, dass du wirklich nicht sehen kannst? Wer sind hier die Haudegen in der Klasse und wer sind hier die Streber? Also das ist ja wohl... Den, den man am meisten schätzt, von dem ist man doch am meisten enttäuscht, wenn er nicht das bringt, was man sich übernimmt. Naja gut, aber du kannst ja... Aber er setzt ihm ja ein Ideal, was andere gar nicht erreichen kann, weil er ihm ja immer zu... Also das ist... Ich hatte auch mal so einen Lehrer in der Schule gehabt. Tatsächlich habe ich bei denen... Ich hatte sehr gelitten damals und das ist der Lehrer, mit dem ich am meisten gelernt habe letztlich. Das ist... Ich finde es auch eine großartige... Aber finde ich krass. Da habe ich echt so gedacht, Mensch, das fand ich weltfremd. Das fand ich wirklich so, wo ich dachte, hm, das fand ich grenzwertig. Gerade, wenn man dann eben seinen Liebling hat, dass man den dann eben noch stärker dran nimmt, als eben die anderen von denen, die sagt, naja, aus denen wird es mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich finde aber trotzdem, ich muss jetzt nochmal in diese Nosferatu-Hommage. Ja. Die Schatten kommen plötzlich. Und vor allem, das ist ein schönes Beispiel für. Also es ist ja wirklich sehr absichtlich. Also finde ich auch sehr süß, dass sozusagen schon, ich weiß nicht, das ist ja erst zehn Jahre später so, man damit schon so spielt. Also damit auch quasi einen riesen Gaudi organisiert, um dann, dass mir sofort das Lachen im Hals wieder stecken bleibt, weil ich so denke, was ist denn da schon wieder eigentlich los? Also das ist ja wirklich unangenehm, wie, also man guckt ja ja auch wirklich schon wieder so diesen, also alle sind schön in so einem gehorsamen Gruppenzwang so und wer da so ein bisschen, auch nur ein bisschen rausfällt, so eins oben drauf, so ne, also der steckt ja auch nicht ein. Ich verhelfe mir mal, wie endet das? Also ist das Letzte, was ich sehe, wie der Lambert vermöbelt wird von dem? Nein, wenn dann das Zweit, wenn dann nach der Nacht im Club, wenn dann die Tafel bemalt ist oder die Tafel wird gerade angemalt und dann kommt der eine kurze Gegenschnitt, wie er da festgehalten wird und das ist glaube ich somit das Letzte. Ja, ja, aber genau, es ist genauso schlecht für den, also der wird auf jeden Fall aussortiert, so, also so ne, so ne braucht man nicht. Also insofern ist glaube ich auch so dein Bild so von, irgendwie geht es da den Intellektuellen so an den Kragen, da ist was dran so, da passiert schon irgendwas. Das ist, also ich habe mich gerade gefragt, ob der Rüdiger Suchsland bei, von Caligari zu Hitler, also in diesem Film der Weimarer Republik, ob der da den blauen Engel auch mal, also wie er den da eingeordnet hat, das werde ich mir auch nochmal angucken. Das ist jetzt nur so ein Gedanke, den ich gerade habe, weil ich finde, der hat auch interessante Spurenelemente so auf dem Weg dahin. Ich möchte noch die Spiegel einmal noch so als Symbole, also das mit dem Thema Vögel und Kikeriki und die Gänse ganz am Anfang auf dem Markt, dass die Möwen da rumhängen und die Geschichten, das Thema Spiegel, gerade die Szene mit Hans Albers dann nachher zum Schluss, also wenn er dann schon als Clown da sitzt und dann kommen die beiden rein, gehen eigentlich aus dem Bild raus, tauchen dadurch, taucht sie dann aber eben nochmal im Spiegel auf, also auch wie da immer gearbeitet wird, oder eben nach diesem Sprung von 25 auf 29 und wir blicken in einen Spiegel und sehen diesen Clown, der sich gerade fertig macht, dieses völlig entstellte Abziehbild von ihm eben, also wie das immer wieder da mit eingenetzt wird, also das finde ich total beeindruckend, diese Inszenierung des, ja die Blickwinkel, die Perspektiven, die da gearbeitet wird. Jetzt wurde es gerade angesprochen, das sind die ganzen Vögel-Vogelelementen, stehen die für Freiheit oder wie, was ist denn da, bedeutet denn ein Vogel eigentlich im Film? Unterschiedlich, sie stehen für Leben und gerade dann eben am Anfang, er hat den Toten, Nein, den Film ja jetzt nicht vor kurzem. Nein, also der, oder sie symbolisieren eben, bei ihm ist alles tot, der Vogel lebt nicht mehr, dann dafür ist das Gegenstück, der lebende Vogel im Käfig bei Marlene Dietrich. Ja, genau, das ist die Welt, oder das ist das Leben. Also allgemein stehen in den Tier allgemeinen Filmen für Leben? Nee, und sonst, also das ist jetzt, was ich mir da reinlege. Na gut, was bedeutet zum Beispiel die Szene, wo die Katze ins Fenster hüpft? Schwarze Katze von links, Glückbringst, aber die kommt von rechts, das ist A, eine kleine Spielerei in Sachen Tonfilm, behaupte ich einmal, weil sie so zweimal so richtig schön Miau machen darf, ist ein bisschen Atmosphäre. Also hast du nicht zu mir gesagt, das macht ein Mensch? Für mich war das ein Mensch, das hat keinen Sinn. Ja, ja. Das war ich noch, da habe ich mal reingeholt. Das war noch der Gag, mit dem ich mitgegangen bin. Nee, aber ich finde, jetzt geht es schon damit los, weißt du, das Erste, was wir hören, ist das Geschnatter der Gänse. Und das ist für mich auch so, klar, wir hören jetzt die Gänse, diese tatsächlichen Tiere, die da auf dem Markt sind, aber es ist doch auch irgendwie, wenn dann diese johlende Menge da ist, wenn er auf der Bühne steht, das ist genau das Gleiche. Das ist einfach dieses 誓. Apropos, sag mal, hier am Anfang, wo das, wo das Poster von der Lola angedeutet wird und dann nochmal hier die Scheibe gereinigt, ist das die Haushälterin von ja. Hängt das, hängt das in der Schule im Fenster? Also ich hätte mir das... Ah, jetzt wird es interessant, also ich hätte gedacht, dass die das ist, deswegen war für mich immer klar, dass diese Treppe hoch und so, dass ich nicht in der Schule bin. Ach so, nicht, ich glaube, es ist ein Schlittfehler gewesen, tatsächlich. Ja, ja, ja. Es würde Sinn machen, Findung, Es ist einfach nur ein Laden. Also ich sage, das ist nicht die Haushälterin. Für mich war es nicht die Haushälterin. Das war ein Verkaufsgericht. Das war vom Schritt her so angelegt. Okay, das stellt das nochmal in Frage, deine Theorie. Also ich finde die ja sehr glaubwürdig und das macht total viel Sinn auf ganz vielen Ebenen, dass der da in dieser Schule gelebt hat. Ich hätte jetzt aber wirklich gesagt, auch genau wie du, Kalli, dass diese Frau im ersten Bild am Schaufenster und die die reinigt, die gleiche ist. Aber ich merke auch gerade, das zerfällt gerade. Wenn ich, das müsste man sich nochmal angucken. Ja, das ist interessant, weil wenn man das nochmal überprüft, würde ja das in die eine oder andere Richtung nochmal auch eine... Ja, überprüft mal, ob das bei dem Bild, wenn die Gänse sozusagen mitzusehen sind, ob da das Zigarren über dem Laden steht und da das Ding zu ist, die Hose-Rollade. Ich finde das auch lustig, wie das erste, was man so richtig sieht. Was ein Hinweis auf seinen Innenraum von seiner Wohnung wäre, meinst du? Nee, dass das irgendwie einfach nur ein Geschäft ist. Ach so, ob das eine zum anderen gehört, ja. Ja, das ist nichts mit der anderen Szene zu tun. Ja, weil es ist einfach nur die Etablierung, es gibt diese Lola-Lola oder diese Show. Ja, ich glaube auch, ich glaube, das ist unabhängig voneinander. Aber ich finde, vom Schritt her war es so konstruiert. Dass die so quasi so hinter diesen Rollläden war, so freigepackt wird. Aber dann muss man das erstmal wieder sauber machen, die Schweinereiner. Und dann testet man selbst. Ja, ja, genau. Das ist schon toll. Also da hätte der Film auch schon zu Ende sein können. Naja, der Konflikt mit dem Mann hätte dann noch gefehlt. Ich fand es auch so krass, dass hier die erste Szene so richtig in der Wohnung, also einfach bevor der Professor eingeführt wird, die Haussländer ist hier erstmal schön rumbrubbelt, hier ist so ein Saustall. Ja, ja. Das etabliert ja den Charakter schon. Das macht ihn ja schon, dieses, okay, wie führen wir den jetzt ein? Er ist noch gar nicht da, es wird einfach über ihn geredet und dadurch wird er karakterisiert. Ja, aber ich habe in diesem Moment gedacht, brubbel, brubbel, brubbel. Mensch, manche Sachen ändern sich nie. Das findest du überall. Also das ist doch heutzutage in jeder Branche, das ist ja auch noch nicht da, brubbel, 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 brubbel. Also das wäre echt so. Weil du das Wahres über Chefs hören willst und dann hörst du da den Punkt. Über all die Bücher und die Zigaretten stummeln. Das ist ja alles verpestet hier oder irgendwie so, sagt sie ja. Ja, ja. Und das ist eben schon voll so, babs. Das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte, oh, 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 ich werde es schwer haben in dem Film. Wenn das jetzt die Erfindung des Tonfilms gebracht hat, dass Schauspieler, wie ich es im schlechten Leintheater, jetzt immer über das reden, was sie gerade so denken und so. Also ich verstehe schon, wofür das so da ist, aber es hatte wirklich was sehr Aufgesetztes, wie sie da so sauber macht. Ja, komm, aber GZSZ hat sich bedient. Ja, genau, das wäre so der Vergleich, ja. Und damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich so ein GZSZ-Moment habe. Und das ändert sich ja schnell, weil ich dann auch merke, dass der Film viel Tolles anfängt mit der Zeit, die er sich lässt. Weil genau, man lernt diese Charaktere so doll kennen und es tauchen auch nicht willkürlich irgendwelche anderen Figuren noch auf, sondern jede Figur, die auftaucht, wird ein wichtiger Teil dieses Films. Ich finde, die haben auch gerade so was, ich sage jetzt mal, wenn Wanderzirkus angeht, ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders nennen soll, da sind aber auch wirklich starke Gesichter dabei. Ja, auch immer mit Eigenarten, wie dieser angekippte Schnurrbart und so. Ja, aber auch so von den Gesichtern her, der eine mit diesem kleinen Kopf, dann der mit dem Riesenkopf, dann hier mit der langen Nase, dann der mit dem komischen, ja, dieser Aussicht, der sieht aus wie Laurel Harley, der Chef hier von Blauen Engels, wo ich am Anfang dachte, das ist ein Kellner. Also, den habe ich zum Beispiel nie verstanden, wenn er was gesagt hat. Das war für mich immer so ein Ding, da ist mir mein Witz einfach abhandengekommen. Also, ja. Ich fand es auch stark bei den Polizisten, den fand ich auch witzig hier so reinkam. Da ist so, naja, wenn die Jugend da steht, dürfen wir denn überhaupt da rein? Da gibt es dann keine FSK 18? Nein, das ist wie Umsatz oder nehmen wir das Risiko ein? Und das ist ja das, was der dann auch sagte, der Chef, Sie haben die Obrigkeit nicht zu fürchten, aber wir haben dann ein Problem, wenn da jetzt was kommt, so ungefähr. Also, das ist ja auch so ein Punkt gewesen. Ja, aber da kommst du vielleicht nochmal durch mit dem Respekt, was du meinst, wenn der Polizist vor ihm so salutiert, also hier auch nochmal Hand hoch, Entschuldigen Sie, Verzeihung, Herr Professor, ich muss Sie mal aus Versehen stören, so ungefähr. Also, das ist ja auch so ein Punkt. Ja, vor allem, dass er auch ihm gleich, auch wenn er gleich sieht, hier der eine ist auf dem Hafen, sozusagen Kapitän, das ist der Professor, der hört sich die Situation gar nicht wieder an, und er bricht das ab und führt den vom Hafen ab. Egal, was es ist. Und das ist auch wieder so ein Ding. Also, ich finde schon, dass da dem Lehrerberuf und gerade Gymnasium vielleicht auch direkt auch eine gewisse höhere Stand zugebracht wird. Also, heutzutage sind ja Lehrer auch nicht schlecht. Das ist mein Gott, das will nicht. Ich will jetzt nichts Faltes vermitteln. Aber heutzutage hörst du auch eher direkt. Damals hattest du, ich glaube, wenn ich das schon aus dem Film mitkriege, wenn du dann hörst, ja Lehrer, das ist ein Lehrer, das ist ein Professor, das ist ein respektabler Beruf heutzutage, wenn du sagst, ich bin Lehrer, dann denkst du, dann kommt doch als erste Reaktion immer, oh, in heutigen Zeit wollte ich kein Lehrer mehr sein. Also, naja, ist doch so. Vielleicht war es damals ja nicht anders, aber da wird auf einen ganz anderen Aspekt sich bezogen mittlerweile, habe ich den Eindruck. Ich bin jetzt auch Laie und so, und ich kenne jetzt auch nur die Lehramte, die ich kenne, die sind auch nicht sehr glücklich in ihrem Job. Aber das heißt ja nichts, das muss ja nicht heißen, dass sie in die Sachen nicht reinwachsen. Das ist ja dann auch noch recht am Anfang. Und ich sehe halt sozusagen, dass sozusagen ein Respekt behauptet wird und was anderes gelebt wird. Also, ich sehe ja Respekt. Aber das hast du, glaube ich, auf ihr, hast du immer. Ich glaube, das ist eine Sache, das hast du schon immer gehabt. Genau, ich finde auch nicht, dass das typisch ist für Bildung. Das ist genau, das finde ich auch immer an der Anstelle. Ja, danke schön, Max. Das hast du gut organisiert, dass sich der Film hier läuft. Und läuft er noch ein, zwei Mal, oder war es das jetzt schon? Na, also vom Aufnahmeteitpunkt morgen nochmal. Ja, dann wünsche ich dir noch ein paar Zuschauer oder euch, dem Lichtspieltheater wundervoll. Und jetzt macht das, die Schatzkiste macht ein bisschen Sommerpause jetzt, richtig? Genau. Und dann, ich weiß noch nicht genau, September oder Oktober geht es dann wieder. Ja, sehr schön. Hoffentlich viele Ideen nochmal einfließen lassen. Und Wünsche und Vorschläge gibt es mehr als genug. Ja. Ich finde ja, dass in den 70er Jahren fast so viele Pornofilme in Amerika entstanden sind, die dringend mal wieder auf 35 Meter gezeigt werden müssen. Aber das vielleicht zu einem anderen Teilpunkt nochmal. Also, soll ich dir bei den Kollegen vom Bahnhofskino mal reinhören. Ich habe wirklich, also wirklich, also schon so sehenswert, dass es jetzt über den allgemeinen Voyeurismus hinaus spannende Sachen gibt. Ich musste daran irgendwie gerade denken, so im Sinne von, was sollte mal auf einer Kinoleinwand laufen, was schon sehr lange da nicht mehr gelaufen ist. Musicals. Zum Beispiel. Ist das eigentlich ein Musical jetzt eurer Ansicht nach gewesen oder eher nicht? Achso. Ja, also ich bin da ja super offen. Genau, wenn wir Schubladen aufmachen müssen, ich würde es als Drama mit Musikeinlagen. Also, auf jeden Fall kommt das sozusagen meiner Idealvorstellung von einem Musical recht nah. Also, ein Musical, das sozusagen, also ich mag quasi realistische Filme, die verdammt gute Gründe als Teil der Handlung haben, dass da Gesang drin ist. Also, eines meiner Lieblingsmusicals, ich habe es nie auf einer Bühne gesehen, aber als Film, ganz besonders, Cabaret, geht das ja genial auf, weil diese Bühnenshow, die dort permanent Teil der Handlung ist, sozusagen, dann auch der Moment für den Gesang ist. Ja, das ist ja auch dieses Pompöse dann wieder auf der Bühne mit dem Geglitzer und diesem großen. Hast du ihn schon gesehen? Ja, mit Leiser Minerlieder, ne? Ja. Ja, ja. Ja, aber guck dir das dann nochmal an und dann merkst du, dass alle glitzernden Partikel auch ganz schön schmutzig sind. Und das ist auch ganz schön. Ich habe ihn jetzt nur, ich habe ihn jetzt anteilig gesehen vor ein paar Wochen, weil er auf Arte lief. Also, ich habe ihn auch auf der FD, aber ich habe ihn noch nie durchgehalten. Das war immer so eine Idee, weil ich so umspülen fand. Es wird quasi ein auf Blitzerspitzer gemacht, aber in Wirklichkeit ist das ja alles auch total räudig und klein und draußen wird schon marschiert. Und ich bin da komplett Mädchen. Ich glaube, ich mag da so gerne Musicals. Ja, aber auch die Mädels, wie die aussehen und was sie für Klamotten anhaben und wie fertig die alle aussehen, entweder ganz dürr oder kaputt. Ich glaube, aber ich mag diese Heile-Welt-Sache wollte ich damit sagen. Aber die gibt es da gar nicht. Welche hast du denn da gesehen? Wollen wir den gleichen Cavalier? Nee, ich mag ja Cavalier nicht. Ich mag ja den Film nicht. Das ist meinig ja nicht. Ich hatte aber schon mal die Fantasie, ich weiß nicht, ob du hier schon mal auf dem Podcast gesagt hast. Ich finde ja, dass du, wenn du jetzt quasi Sommerpause hast, weißt du ja, dass du ja quasi rechtzeitig zur Wahl wieder am Start bist. Ich finde, du darfst dir wirklich mal überlegen. Du kannst ja quasi, je nachdem, ob du eher optimistisch oder pessimistisch bist, kannst du dir ja einfach mal so einen gefühlten Film überlegen, der so oder so passt, egal wie die Wahl ausgeht. Und ich finde so, Cabaret, entweder guckt man den und denkt, gerade nochmal dran vorbeigekommen oder yeah, wir sind mitten dabei, darauf zuzusteuern. Also keine Ahnung, aber das wäre vielleicht wirklich mal eine schöne Idee. Dieses, also Stimmung wird ja hammerpolitisch aufgeladen sein. Also entweder von totaler Verdrossenheit, totaler Erstaunen, Erleichterung, was auch immer. Also das könnte man sich überlegen. Ich sage ja die Liste der Wünsche und Vorschriften. Also ich würde gerne sagen, weil wir das Thema heute ja schon vor der Aufnahme hatten, ich weiß nicht, ich hätte echt teilweise gedacht, so Singing in the Rain, also hier, du sollst mein Glückstern sein. Das würde ich gerne mal auf großer Leinwand sehen. Das war noch so mein Gedanke vorhin gewesen. Wie sie dann so tanzen um den Glitzer und dann auch diese Kritik dahinter. Also das würde ich gerne, also das würde ich gerne mal als Wunsch euch sagen. Ja du, ich finde das, also der Eskapismus dann auch gut ist, wenn mit 20 Prozent die AfD im Bundestag sitzt, dann gucken wir einfach Singing in the Rain und wünschen uns, du sollst mein Glückstern sein. Der Film ja übrigens auf Deutsch heißt, ne? Maxi, ich versuchte dir ja eigentlich quasi eine Brücke zu bauen, wie du sozusagen mich hier noch auswendig ein Ende konstruierst. Also ich hoffe, ihr kommentiert diese Folge wieder fleißig. Wir freuen uns auch, wenn ihr das drei Jahre nach Veröffentlichung tut. Wir lesen das alles sehr neugierig und es freut uns sehr, wenn ihr so aufmerksam zuhört, dass ihr da noch was kommentiert. Ihr könnt das gerne auch auf Twitter oder Facebook tun. Ich glaube, Facebook, machen wir den Nix dicht, ne? Nö. Doch, ich hasse Facebook. Macht mir überhaupt kein Spaß. Ich schaff's immer nicht zu Twitter. Ja, das ist auch gut so. Twitter ist okay. Trump twittert, ich twitter, das passt schon. Aber Facebook, Facebook. Aber es gibt auch noch iTunes. Und da haben wir, also vom Aufnahmezeitpunkt ist es jetzt, glaube ich, knapp eine Woche her, hat Dr. Dr. Walton Jones Junior uns eine sehr, sehr, ein paar sehr, sehr nette Zeilen hinterlassen, die ich natürlich jetzt nicht im Kopf habe. Christian, willst du es jetzt noch schaffen, das schnell aufzurufen? Nein, das kann ich nicht, aber man kann die nachlesen, wenn man unserem Twitter-Account folgt. Oder man, am besten, ihr lest das nach. Da könnt ihr mittlerweile, glaube ich, 15, 16, ich glaube, ganz viele Rezensionen wie Sterne sind es nicht. Aber ihr könnt ja eine ganze Reihe von Rezensionen direkt bei iTunes nachlesen. Wenn ihr also bei iTunes in dem Podcast-Verzeichnis nach unserem Podcast sucht, dann stehen die da. Und dieses, also unser Eintrag beim Podcast-Verzeichnis in iTunes, der freut sich, auch wenn da noch ein paar Sterne dazukommen und gerne auch geschriebene Rezensionen. Denn bei iTunes sorgt das dafür, dass dann unser Podcast wieder etwas sichtbarer in den Charts wird. Die Charts, die es bei iTunes gibt, die haben nicht nichts damit zu tun, wie oft eine einzelne Folge runtergeladen wird, sondern wie viele Abonnenten und wie viele Klicks auf sozusagen Webseiten und wie viele Sterne vergeben werden. Und deswegen, umso mehr Sternchen, umso mehr geschriebene Rezensionen, umso sichtbarer, umso mehr Zuhörer, umso mehr, umso sicherer ist es, dass wir das auch in zehn Jahren noch machen hier. In diesem Sinne, als wäre das nicht schon Grund genug, um Danke zu sagen, auch wirklich ein ganz ernsthaftes und ehrlich gemeintes Dankeschön für die netten Worte an Dr. Henry Walton Jones Jr. Genau, dir ist Boruskali, der hinter diesem Namen steckt. Indiana Jones hat das geschrieben. Musste ich aber auch googeln. Ich hatte jetzt schon das Gefühl, als ich diese, also hat sich einfach jemand diesen Benutzernamen gegeben und dachte ich so, woran erinnert mich das? Und Wikipedia hat mich aufgeklärt, dass das Indie ist. Mit Walton hätte ich nicht gewusst, aber Henry Jones Jr., das war von mir. Ja, ja, das klingelte schon, ne? Henry. Indiana war immer der Name des Hundes. Ja, der blaue Engel schließt für die heutige Nacht seine Pforten. Das letzte Bier ist ausgeschenkt und wir taumeln jetzt unseren Betten entgegen. Mal sehen, wo wir aufwachen, mit welchen Puppen in den Händen. Danke, dass du die noch eingebracht hast. Das ist jetzt echt bruselig. Also von mir wieder, guckt Filme, habt Spaß dabei. Ja, auf Wiederhören. Ciao.